Ja, guten Abend meine sehr geehrten ZuschauerInnen, guten Abend Herr Bürgermeister Grunert und einen schönen guten Abend an alle Mitwirkenden der Veranstaltung Theater & More Cannabis-Prävention und suchtpräventive Erlebnispädagogik. Ich heiße Sie alle herzlich virtuell hier bei uns in der Abendakademie willkommen. Die Veranstaltung findet live hier in unserem Saal statt, aber aktuell wird sie live gestreamt ohne Publikum aus den Gründen, die Sie alle kennen. An dieser Stelle schon einmal vielen Dank an alle Akteure, dass sie sich auf diese ungewohnte Situation einlassen. Meine Damen und Herren, die Mannheimer Abendakademie ist ein leistungsstarker Bildungspartner in der Metropolregion. Wir sehen es als unsere vornehmlichste Aufgabe an, gesellschaftlich relevante Themen aufzunehmen und in Kooperation mit verschiedenen Institutionen dann auch anzugehen und wir nutzen dabei auch innovative Übertragungsformen, wie wir heute zeigen können, um möglichst viel interessierte Menschen zu erreichen. Bildung, wie wir sie verstehen, ist Entwicklung. Sie fördert, klärt auf und bringt voran. Daher haben wir sofort zugesagt, als der Beauftragte für Suchtprävention vom städtischen Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt, Dr. Timo Kläser, im Februar auf uns zukam, ob wir gemeinsam eine Veranstaltung zum Thema Cannabiskonsum durchführen könnten. Und dabei geht es heute Abend bewusst, ganz bewusst nicht um die Diskussion, ob Cannabis freigegeben werden soll oder nicht. Thema heute Abend ist die Suchtprävention in zeitgemäßer Form. Theaterpädagogik und Erlebnispädagogik sind moderne und wirksame Formen und Methoden in der Suchtprävention. Dies können Sie gleich live erleben, nämlich dann, wenn Thomas und Sabine sich 25 Jahre nach ihrem Schulabschluss an ihre Jugendzeit erinnern und an den damaligen Cannabiskonsum. Nach einer kurzen Pause im Anschluss an das Theaterstück, die zum Umräumen der Bühne genutzt wird, spricht Dr. Timo Kläser mit den DarstellerInnen über das Stück. Im Anschluss folgt eine Diskussion. Sie als ZuschauerInnen haben über den Chat die Möglichkeit, mitzuwirken. Ich hoffe, Sie nehmen das alle auch gerne in Anspruch. Ihnen allen sage ich herzlichen Dank fürs Mitwirken und fürs Mitschauen. Ihnen, Herr Dr. Kläser, als Organisator und Koordinator des Programms gebührt natürlich einen Extradank und danke auch für die tolle Kooperation. An Sie alle, die Sie die Veranstaltung live an Ihren Bildschirmen mitverfolgen und sich über den Chat einbringen, sage ich ebenfalls jetzt schon ganz herzlichen Dank. Lassen Sie mich am Schluss noch schnell ein paar Worte zur Abendakademie sagen. Wir haben auch in Corona-Zeiten ein vielfältiges Programm, analog und digital, mit zahlreichen Veranstaltungen zu den verschiedensten Themen. Und Sie finden aktuell alle unsere Angebote online auf unserer Homepage unter www.abendakademie-mannheim.de. Wir haben uns in unserem Manifest verpflichtet, ein offenes Zentrum in Mannheim zu sein. Diesen Anspruch wollen wir auch in diesen besonderen Zeiten erfüllen. Die heutige Veranstaltung ist ein Beitrag dazu. Ich freue mich für Sie, dass die heute hier stattfinden kann und gebe nun an Herrn Bürgermeister Grunert. Dankeschön. Ja, liebe Online-Besucherinnen und Besucher, liebe Frau Dess, liebe Theatergruppe, liebes Abendakademie-Team, lieber Herr Dr. Keleser. Ja, als Bürgermeister für Bildung, Jugend und Gesundheit freue ich mich, dass ich Sie heute hier zumindest als ein paar wenige hier in der Abendakademie begrüßen darf. Und vor allen Dingen freue ich mich natürlich, dass ich Sie alle sozusagen an den Geräten online begrüßen darf. Das Programm findet ja heute tatsächlich nicht hier im Saal statt, also das Programm schon, aber die Zuschauereien sind hier ziemlich leer, sondern es wird vor allen Dingen ins Internet übertragen. Und von daher grüße ich einfach mal ins Unbekannte hinein. Ja, unsere Veranstaltung trägt den vielversprechenden Titel Theater und Moor, Cannabis-Prävention und suchtpräventive Erlebnispädagogik. Cannabis ist ein sehr aktuelles gesellschaftliches Thema und steht somit auch im Fokus der Suchtprävention und Hilfe. Nachdem wir vor ziemlich genau einem Jahr diese spannende Fachtagung zwischen Chillen und Scheitern, Möglichkeiten der Cannabis-Prävention bei Jugendlichen hier in Mannheim hatten, möchten wir uns heute erneut mit dem Thema Cannabis in Form dieses Mal eines Theaterstücks und vor allen Dingen auch mit dem Einsatz von Theater und Erlebnispädagogik in der Suchtprävention beschäftigen. Ja, Cannabis unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen im öffentlichen Raum wird immer sichtbarer in unserer Gesellschaft und damit auch ein Stück weit problematischer. Während vielleicht noch vor 15 Jahren weniger Menschen Cannabis im öffentlichen Raum sichtbar konsumiert haben, ist Cannabis heutzutage ein gesellschaftliches und auch öffentliches Problem. Denn es konsumieren viele Jugendliche auch in der Öffentlichkeit, trotz des geltenden Konsumverbots in Deutschland. Wobei es jetzt, wie schon gesagt, heute nicht um die Durchsetzung dieses gesellschaftlich vielleicht durchaus umstrittenen Verbotes geht, sondern vor allen Dingen um die gesundheitlichen Folgen, die der Konsum bei jungen Menschen und Jugendlichen hat und welche Folgen dies auslöst. Und auch der heutige Abend und seine AkteurInnen beschäftigen sich deshalb aus gutem Grund mit dem Thema Prävention. In der Regel werden kleinere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz derzeit nicht strafrechtlich verfolgt oder aufgrund von Geringfügigkeit eingestellt. Einige Jugendliche erhalten von der Staatsanwaltschaft im Rahmen von cannabisbezogenen Sanktionen die Auflage, an sogenannten FRED-Kursen oder an Einzelgesprächen teilzunehmen. Wofür steht FRED? FRED steht für Free Intervention bei erstauffälligem Drogenkonsum und zielt darauf ab, die Jugendlichen über die Risiken und Gefahren des schädigenden Cannabiskonsums zu informieren und im Rahmen von Selbsterfahrung und Selbstreflexion ihres Konsums zukünftige Veränderungen anzustellen. Oder bereits getätigte Veränderungen zu festigen. Ziel ist es, zukünftig auf Cannabis zu verzichten. FRED wird vom Drogenverein Mannheim als präventives Angebot im Rahmen der Frühintervention in der Suchthilfe angeboten. Die Zahlen in den FRED-Kursen befinden sich seit einigen Jahren Mannheim auf einem sehr hohen Niveau. Im vergangenen Jahr waren es 162 Jugendliche und junge Erwachsene unter 21, die teilgenommen haben. Bis Ende September dieses Jahres waren es bereits 105. Weitere Projekte der Drogen- und Cannabisprävention in Mannheim werden von der Kriminalprävention der Polizei und dem Drogenverein durchgeführt. Der Drogenverein Mannheim bietet pädagogische Workshops der Suchtprävention an Mannheimer Schulen an, die sich unter anderem an Bausteinen des Präventionsprojekts Cannabis Covades orientieren, das von der Villa Schöpflin in Lörrach entwickelt wurde. Die Kriminalprävention bietet Drogenprävention im Rahmen der präventiven Angebote der Polizei an Mannheimer Schulen der Klassenstufen 6 bis 9 an. Einen Einblick in die Angebote aus dem Theater- und erlebnispädagogischen Bereich erhalten wir ja heute Abend hier. Ja, das Programm für den heutigen Abend, wir werden gleich mit dem Theaterstück Alles-Easy, Ausrufezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen, der Theatergruppe Machwas, Prävention, Theater und mehr starten. Danach gibt es auch Möglichkeiten, von Ihnen Fragen zu stellen. Über den Chat haben wir gerade schon gehört. Und des Weiteren werden Angebote der erlebnispädagogischen Suchtprävention vom Seilgarten und Team Parcours Mannheim vorgestellt. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle schon mal einen spannenden und lehrreichen Abend. Aber an dieser Stelle möchte ich auch noch einmal explizit bei allen Menschen oder allen Menschen Dank sagen, die das Gelingen des heutigen Abend unter durchaus schwierigeren Bedingungen, als wir das mal ursprünglich gedacht haben, möglich gemacht haben. Die Stiftung der Badischen Beamtenbank, BB Bank Förderprogramm und der Gewinnsparverein Südwest e.V. haben mit Unterstützung des Vereins Sicherheit in Mannheim e.V. diese Veranstaltung gefördert, worüber wir Ihnen sehr dankbar sind. Ein besonderer Dank geht an die Mannheimer Abendakademie und zwar an Frau Dess als Geschäftsführerin, die gerade das Grußwort gehalten hat, und an Frau Brucks, pädagogische Mitarbeiterin der Abteilung Gesundheit und frühkindliche Bildung, die gemeinsam mit unserem Suchtbeauftragten für Suchtprävention, Herrn Dr. Kläser, diese Abendveranstaltung vorbereitet hat. Danke, dass wir heute Abend bei Ihnen in der Abendakademie sein können und vielen Dank für die sehr gute Kooperation, die wir natürlich gerne mit Ihnen auch in Zukunft fortführen möchten. Den KollegInnen des Netzwerks für Suchtprävention und Suchthilfe der Stadt Mannheim, die heute aktiv an der Gestaltung des Tages beteiligt sind, ebenso ganz herzlichen Dank. Des Weiteren gebührt ein Dank allen AkteurInnen, die heute auf der Bühne stehen. Und natürlich auch Ihnen als BesucherInnen, die heute online zuschauen via Internet. Auch vielen Dank für Ihr Interesse. Denn mit der heutigen Veranstaltung möchten wir dazu beitragen, dass das Thema Cannabis im Sinne einer professionellen und nachhaltigen Suchtprävention und Hilfe sichtbar wird und dass Jugendliche in Mannheim die Möglichkeit haben, sich über Gefahren von Cannabis umfassend informieren zu können. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Heute Abend durch das Programm. Ja, die Veranstaltung war ursprünglich für Mai geplant. Es ist schön, dass die Veranstaltung heute stattfindet. Ich begrüße auch nochmal alle, die online mit dabei sind. Ja, es ist etwas ungewohnt. Ich kann einigen Kolleginnen und Kollegen in die Gesichter gucken, aber eigentlich würden jetzt hier mehr Leute sitzen. Aber es ist schön, dass Sie uns online ganz nahe sind. Und wenn Sie auch noch mal kurz zum Ablauf heute Abend, wir hatten ja schon den Online-Chat angesprochen. Herr Gerber vom Drogenverein Mannheim, er ist dort Geschäftsführer, sitzt hinten in unserem Regieraum. Ich kann ihn auch sehen. Und Sie können mit ihm chatten. Das heißt, Sie können Fragen stellen. Später wird es auch nochmal verschiedene Fragerunden geben. Sie können jetzt schon Fragen stellen. Wir werden auch immer wieder Sie einbeziehen, um Fragen bitten. Wir wollen, dass es möglichst interaktiv gestaltet wird und freuen uns auf ganz viele Fragen. Ja, dann haben wir jetzt genug einführende Worte gesprochen. Hier hinter der Bühne sitzen schon Monika Wider. Sie ist die Regisseurin und Schauspielerin des Theaterstücks und Gerald Bauer. Und ich bitte die beiden jetzt auf die Bühne. Und Sie werden als Premiere in Mannheim das Theaterstück Alles Easy vorführen. Ein Applaus nochmal für die beiden und viel Spaß. Hm, aber war schon eine coole Idee vom Hannes, dass er die Fete unter ein Motto gestellt hat. Hey, Bühs. Ja, und wir alle wissen, warum gerade er dieses Thema gewählt hat. Wie lange wir die alle nicht mehr gesehen haben. Dabei war uns das doch früher immer voll wichtig, dass wir genau dieser Clique sind. Ja, schon. Aber die anderen, das machen doch alle so. Ja, und müssen wir deswegen mitmachen? Ja, du schaust dir hin. Weißt nicht, wie ich bin. Und dann kommt einer und sagt, hey, seht, dass damit alles easy geht. Danke fürs Zuschauen. Danke sehr. Merci. Ja, bleibt nochmal kurz da. Vielen Dank an dich, Monika Wider und Gerald Bauer für das tolle Theaterstück. Ihr dürft jetzt erstmal ein bisschen verschnaufen. Nochmal an unsere Online-Teilnehmer oder hier im Saal können natürlich Leute auch Fragen stellen. Überlegen Sie sich die Fragen, die können Sie jetzt in der Pause sich mit Ruhe überlegen oder aufschreiten zu Hause. Und können Sie danach gerne die Fragen stellen. Wir machen eine kurze Diskussionsrunde. Wir bauen gleich noch ein bisschen um. Ich gehe nochmal weg vom Theaterstück. Ich will nochmal sagen, ich habe mit der Monika das sehr lange geplant. Wir hatten am Freitag noch so ein bisschen, als die Corona-Krise dann wieder schlimmer in Baden-Württemberg, so einen Schock gekriegt, ob wir überhaupt heute hier sind. Aber ich bin total froh, dass ihr da seid und dass wir auch jetzt mit neuen Konzepten im Mai hätten wir das noch nicht so auf die Beine stellen können. Dass wir jetzt einfach hier sein dürfen und einfach dieses wichtige Thema auch hier platzieren können. Es ist ganz toll, dass ihr da seid und ich freue mich auf die Diskussionsrunde. Und dann würde ich noch ergänzen, weil dieses Thema Cannabis-Prävention ja auch in Mannheim oder es sind ja auch Menschen aus anderen Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg oder aus anderen Bundesländern mit dabei, dass es auch Angebote dazu gibt. Wir haben den Drogenverein, Herr Gaber ist ja heute Abend da, die machen Cannabis-Prävention-Schulklassen. Jetzt in Corona-Zeiten ist das alles ein bisschen schwierig, wenn sie da Interesse haben als Lehrer, Eltern, Schüler, einfach beim Drogenverein Bescheid sagen und die gucken dann, ob sie Kapazitäten haben, melden sich auf jeden Fall bei ihnen. Und dann schaut man einfach, ob man ein Angebot auch machen kann. Die kamen dann in die Schule. Ebenso macht die Polizei flächendeckend in Baden-Württemberg, also die Kriminalprävention vom Polizeipräsidium Mannheim, die hier für Mannheim und den Rhein-Neckar-Kreis so im Großen zuständig ist. Die machen von Klasse 6 bis 9 auch Cannabis-Prävention. Und da können sie sich auch an die Kriminalprävention Mannheim oder an ihre Stelle dann auch in Baden-Württemberg wenden. Jetzt verschnaufen wir einfach mindestens 10 Minuten. Wir gucken mal, wie lange wir fürs Umbauen brauchen und melden uns zurück. Die Online-Teilnehmer können ja nach 10 Minuten mal gucken, ob es weitergeht. Bis gleich. Okay, wir sind wieder zurück. Ich hoffe, Sie haben sich alle gestärkt. Monika wieder und Gerald Bauer sind immer noch hier. Schön. Ja, jetzt könntet ihr ein bisschen durchatmen. Wir haben auch schon erste Fragen aus dem Publikum. Kommen wir gleich zu. Ich möchte sie nochmal animieren, an Herrn Gerber zu schreiben. Er kann uns die Fragen dann auch durchsagen, technisch oder er schreibt mir sie auf. Also wir kriegen das gut hin. Es ist fast, als wenn Sie hier im Saal wären. Ja, Monika, du fangen wir mal mit einer einfachen Frage an. Du hast das Theaterstück ja entwickelt. Wir haben eigentlich nur, du kannst eh alle Fragen gut beantworten. Wie kamst du auf die Idee, dieses Theaterstück zu entwickeln? Also ich kenne ja nun einige Suchtbeauftragte aus den verschiedenen Landkreisen. Und in einem Gespräch mit der Petra Fackler aus dem Enz-Kreis hat sich das dann ergeben, dass sie gesagt hat, da fehlt was. Und dann habe ich gesagt, ja klar, das kann ich machen. Und dann habe ich mich zusammengesetzt mit den Suchtbeauftragten und habe mal so abgefragt, was ihnen wichtig ist, dass da rein soll in dieses Theaterstück. Habe viel recherchiert, bin auch gut versorgt worden mit Informationen. Und dann musste das Ganze ein bisschen ruhen. Also Theaterstück schreiben ist immer, dass man dann alle Informationen hat. Und dann geht man so mit der Idee schwanger, sage ich immer. Und irgendwann weiß man, ah, so rum könnte ich es machen. Und dann ist das Schreiben eigentlich relativ flott durch. Und da kam mir dann eben die Idee, dass wir ein Klassentreffen machen. Und dann können wir mal so ein bisschen vergleichen, auch von früher und von heute, damit da auch alles drin ist, was wir wichtig fanden, dass da rein soll. Dann haben wir nochmal eine szenische Lesung ja gemacht. Und ihr habt es abgenickt, dann kleine Veränderungen, da war ich auch dankbar. Und dann stand das und dann haben wir angefangen zu proben, genau. Da war ich auch dankbar. Und dann stand das und dann haben wir angefangen zu proben, genau. Genau. Und wie oft habt ihr es jetzt schon aufgeführt? Das ist jetzt heute das vierte Mal. Also wir haben am Donnerstag sind wir in Wendlingen in Premiere gegangen vor den Schülern real. Haben dann auch zweimal spielen müssen wegen Corona. Haben nach 20 Minuten auch unterbrechen müssen, damit wir lüften konnten. Genau. Und dann waren wir am letzten Freitag noch in Ettlingen in meinem alten Gymnasium. Den habe ich dann halt geschenkt, das war eine Benefiz. Okay. Das war auch schon eine Frage hier, wie ihr auf die Idee gekommen seid oder was der Anlass war, das Stück zu entwerfen. Das hat es dir ja jetzt schon gesagt. Gab es einen bestimmten Auftraggeber? Nö, Auftraggeber wäre toll gewesen, weil dann wäre es ja finanziert worden, das Schreiben. Nee, das ist dann alles in Eigenregie, Eigenarbeit. Wer mich aber kennt, der weiß, dass für mich die Prävention nicht nur ein Arbeitsbereich ist. Für mich ist die Prävention eine Herzensangelegenheit. Und deswegen stört mich das auch meistens nicht. Denn ich denke immer, das Thema ist jetzt wichtig. Und das Thema muss irgendwie verpackt werden, dass es die Jugendlichen auch annehmen können. Und so ein Theaterstück ist immer gut durch die Emotionen, die es dann auch bewirkt bei den Jugendlichen. Und wir gehen auch ja nie raus, nur mit dem Theaterstück. Wir machen immer im Anschluss im Klassenverband dann eine Nachbereitung, wo wir nochmal darüber sprechen, wo sie ihre Anliegen auch vorbringen können, die Jugendlichen. Weil sonst macht es in meinen Augen auch keinen Sinn, wenn wir nur das Thema aufreißen und dann gehen wir wieder. Genau, da können wir vielleicht auch nochmal ansetzen. Zum einen, was ist die Zielgruppe des Theaterstück? Also in welchen Klassen? Also ihr führt es ja übrigens in Klassen durch oder auch in anderen Gruppen. Sag mal was dazu. Also wir haben gedacht, dass es ab Klasse 8 eigentlich ganz gut wäre, denn da gibt es unter Umständen halt schon erste Erfahrungen. Achte Klasse ist natürlich, wer Lehrer ist oder Lehrkraft oder irgendwie im pedagogischen Bereich. Die sind ein bisschen still in der achten Klasse. Da muss man ziemlich pupeln, dass da was kommt. In der neunten Klasse sind die Gesprächiger. Also wir hatten jetzt auch gerade achte, neunte. Ich finde es da gut angesiedelt. Und denn wir sagen zum Beispiel auch, man kann ja auch mal ehrlich damit umgehen und kann ehrlich darüber sprechen. Das wäre so eine Sache, die ganz gut wäre. Ja, aber die Waldesgrenze nach oben ist natürlich nicht geschlossen. Nee, genau. Das kann bis ganz aufgehen. Genau, und du hast gerade schon angesprochen, dass eine Nachbesprechung bei allen euren Stücken, da kann man ja noch was zu sagen, wichtig ist. Wir werden ja morgen und übermorgen auch mit Mannheimer Schulen, mit der Humboldt-Werk-Realschule und mit der Geschwister-Scholl-Realschule das Stück durchspielen. Es wird dann über einen Videostream gesendet im Klassenzimmer und ihr macht morgen die Nachbesprechung online. Zum ersten Mal. Aus der Stadt Mannheim, aus meinem Büro. Und am Donnerstag wird es in der Schule stattfinden. Also wir können mit dem Konzept die Bedürfnisse der Schulen auch erfüllen, weil sich ja da auch ständig was ändert, Corona-bedingt. Und ja, wie läuft so eine Nachbesprechung ab? Jetzt haben wir ein bisschen die Settings besprochen. Die können sowohl online als auch in real sein. Ja, wie läuft so eine Nachbesprechung ab? Was ist euch wichtig in der Nachbesprechung zu vermitteln? Magst du anfangen? Ja, das ist ja nicht nur Deko. Danke. Die Vase spricht. Ja, also, so von den ersten Eindrücken her würde ich mal sagen, also ich beginne erst mal nochmal ein bisschen den Stand abzufragen. Was habt ihr denn euch behalten können? Was hat euch beeindruckt? Da frage ich erst mal nach. Und dann hat sie es einfach als wichtig herausgestellt, weil das durchaus unterschiedlich zwischen 8. und 9. der Klasse sein kann, auf welchem Stand sind die Kids eigentlich. Und ja, da frage ich erst mal so ein bisschen nach. Was wisst ihr denn über Sucht? Was wisst ihr über Konsum und so weiter? Kennt ihr da Konsumsuchtmittel? Habt ihr von denen schon gehört? Was wisst ihr da? Das ist eigentlich mal so ein bisschen so der Grundeinstieg. Genau, und dann sprechen wir natürlich auch darüber, denn es gibt ja Leute zum Beispiel, die trinken mal einen Alkohol und es gibt auch Leute, die putzen durchaus mal ihre Wohnung, wo wir sehr froh sind, aber die sind nicht süchtig. Also die sind keine Alkoholiker und die sind nicht putzsüchtig. Da ist das alles im grünen Bereich und dann klären wir mal, wie muss es sein, dass es überhaupt Sucht ist, dass wir das als das deklarieren können. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass am Ende immer noch so eine Runde ist, weil ganz oft ist ja gesagt, ja, also beim Saufen wird man lustig und beim Kiffen wird man entspannt. Und man muss ja mal was haben, wo man ein bisschen runterkommen kann. Das kann man doch kapieren. Und dann versuchen wir mal zu gucken, gibt es auch andere Sachen, mit denen man runterkommen kann? Oder muss das wieder irgendein Konsum sein? Und wie verhalten wir uns eigentlich im Leben? Und wir gehen auch durchaus auf Sachen ein, wie verhalten die Kids sich untereinander? Denn das macht natürlich schon auch die Gefährdung für andere unter Umständen, dass ich wo abrutschen muss, wo es für mich Sucht hat. Weil wenn ich 40 Stunden, in die ich in die Schule gehen muss, nur Angst habe und mich nur verstellen muss, dann schadet mir das natürlich in dem Maße, dass ich dann irgendwann gefährdeter bin, irgendwo zu landen, wo es dann Sucht heißt. Also auch über solche Sachen sprechen wir. Ja, und vielleicht um es noch mal zu verdeutlichen, uns ist es schon wichtig, dass wir eben nicht das Ganze über die Sucht allein diskutieren, sondern eben ganz klar das als Konsum auch kommunizieren. Und es gibt einfach auch schon Konsumformen, die weit vor der Sucht vielleicht riskant werden könnten. Und da geht es also nicht um Abschreckung, sondern natürlich um Information in der richtigen Balance, was nie so ganz einfach ist. Aber wir haben ja, das ist jetzt die Frage zur Psychose, da muss jemand nicht ewig lang süchtig konsumieren, um sich diesen Risiko auszusetzen. Das kann unter Umständen sehr schnell gehen. Also solche Sachen versuchen wir ein bisschen auszudifferenzieren, wie es überhaupt, glaube ich, beim Thema Cannabis auch immer sehr um Ausdifferenzierung geht. Und jetzt hast du auch eine ganz wichtige Sache gesagt, denn wir gehen nie raus und erheben den Zeigefinger und sagen, uh, das böse, böse Cannabis. Man lasst ja die Finger weg, weil da würden die mich angucken, die Ufer würden mich gar nicht mehr ernst nehmen. Wir gehen raus und sagen, das sind die Gefahren. Und es gibt immer die Möglichkeit der Entscheidung, ich kann es tun oder ich kann es lassen. Aber ich muss mir immerhin klar darüber sein, inwieweit ich mich gefährde. Genau, also ich finde die Nachbesprechung auch sehr wichtig, weil ich ja auch für die Suchtprävention zuständig bin. Und wir haben eine enorme Resonanz zu dem Theaterstück. Wir erleben auch gerade in anderen suchtpräventiven Themen, dass jetzt dieses Schuljahr trotz der widrigen Umständen die Schulen auch dankbar sind für Angebote. Ihr werdet im November ja noch mal hier sein. Sehr wahrscheinlich kriegen wir vier Tage gefüllt mit Klassen. Ich hoffe mal, dass das so bleibt. Also ich lade auch noch mal Lehrer, Schüler, Eltern oder egal wer einfach bei mir melden. Herr Gerber kann auch meine E-Mail-Adresse weiterleiten oder Sie können googeln, Suchtprävention Stadt Mannheim. Da findet man mich. Da können wir gerne auch noch Termine machen. Uns ist es einfach wichtig, auch von unserem kommunalen Netzwerk für Suchthilfe und Suchtprävention, dass wir ja zu diesem Thema was anbieten, weil einfach ein Bedarf auch in den jetzigen Zeiten dazu besteht. Es war noch eine sehr gute Rückmeldung, die der Herr Gerber aufgeschrieben hat. Euer Theaterstück war sehr vielseitig umgesetzt. Es gab Rollenwechsel, Wechsel, logische Passagen. Einfach super. Also das hört man gerne. Jetzt würde ich vielleicht einfach noch mal kurz eine Frage stellen. Wie lange machst du Theaterpädagogik? Und du machst ja auch andere Stücke. Das ist jetzt eigentlich eine Dreifachfrage. Und ja, zu welchen anderen? Du hast dich ja auch schon länger mit Suchtprävention. Wie lange beschäftigst du dich damit? Und zu welchen suchtpräventiven Themen machst du? Das sind eigentlich fünf Fragen. Wow, das ist ja wie die Mutter vorhin mit ihrem Tim, als sie ihn so voll gequatscht hat. Okay, dann versuche ich das mal zu sortieren. Vorweg möchte ich gerne sagen, ich bin ja von Haus aus eigentlich Diplom-Sozialpädagogin. Eigentlich wollte ich nach dem Abi Schauspielerin werden. Da hat meine Mutter gesagt, kann jeder werden, nur du nicht. Dann habe ich es halt nicht gemacht. Dann bin ich Sozialpädagogin geworden. Und jetzt bin ich eigentlich ziemlich froh, dass es so umgelaufen ist. Denn für diese präventive Arbeit ist es natürlich unglaublich wichtig. Ich habe dann in Heidelberg die Ausbildung zur Theaterpädagogin gemacht und habe dann in Mannheim noch Regie studiert. Bin also spät, Mitte 40, in diese Art von Arbeit gekommen. Und da musste ich natürlich auch Gas geben, weil man wird nicht jünger im Leben. Und auch ich nicht. Und das Püppchen ist, glaube ich, sieben Jahre alt. Das war unser erstes eigenes Stück, das wir in Kooperation geschrieben haben. Da geht es um Essstörungen. Das war mir ganz wichtig, weil ich da eine eigene Betroffenheit habe. Und habe gedacht, ja, jeder erkennt immer die Magersucht, erkennt immer den Esssüchtigen. Aber die bulimischen Menschen, die gehen völlig unter und den finden wir unter Umständen niemals im Leben. Und es war mir wichtig, dass wir da auch mal einen Fokus drauf lenken, auf die, die halt essbrechsüchtig sind. Dann haben wir weitergemacht mit einem Stück Digitale Medien, Suchtgefährdung auch. Ab der Klasse 5, dann hatten wir, also eigentlich für alle Altersklassen, wir haben viele Angebote für die Grundschule, für die weiterführenden Schulen, haben auch ein Projekt für Erwachsene. Da geht es um Sucht im Alter. Das heißt, alte Hasen kehren besser. Ein ganz neu jetzt mit dem Alles Easy ist entstanden, ein Stück Suchtgefährdung, Digitale Medien für die Grundschule. Denn da habe ich im Radio gehört, dass das jetzt im Grundschulalter schon anfängt. Und dann habe ich gedacht, oh nee, das kann nicht so sein. Das Stück heißt Ed und ich. Und auch da haben wir einen reißenden Absatz schon, wie wir das beim Alles Easy jetzt auch merken, dass die Leute kommen und sagen, ja, ja, das brauchen wir. Wir machen beide unglaublich Spaß, auch mit den Jugendlichen und den Kindern. Wir haben natürlich für Corona jetzt noch mal ein bisschen umdenken müssen. Da bin ich total froh, dass aus dem Neckar-Odenwald-Kreis die Suchtpräventionsbeauftragte gesagt hat, mach doch da einen Film draus. Und dann habe ich so gedacht, ein Film, ein Theaterstück gefilmt, ist meistens kotzlangweilig. Dann habe ich aber noch mal drüber nachgedacht und habe gedacht, ja, warum nicht? Lass uns das mal probieren. Und habe dann vier meiner Stücke auf Film aufnehmen lassen. Das ist gerade das Essstörungen, was zu Kinderrechten und die zwei Neuen. Und was wir jetzt die ganze Zeit gut machen konnten und was sich auch als richtig gut erwiesen hat, ist, dass die Kids, wenn wir nicht real spielen durften, eben weil die Bestimmungen so sind und die keinen großen Saal hatten, wo sie alle setzen können, dann haben die den Film angeschaut und wir haben die Nachbereitung real gemacht. Das ist ein total tolles Prinzip eigentlich gewesen, weil da sind wir ja wieder nur in der Klasse. Da war das dann okay. Und jetzt werden wir halt, weil die Situation sich verschlechtert hat, diese Online-Sachen probieren. Lass mich mal kurz erwähnen, dass ich dir unglaublich dankbar bin. Denn du bist so durchgestartet, damit uns hier zu promoten und uns hierher zu bringen. Und du hast dich so eingesetzt und ich bin dir unglaublich dankbar dafür, weil das natürlich bietere Zeiten waren für uns in der Phase, als alles zu war. Das sehe ich nicht als selbstverständlich, ehrlich. Also wir sind sehr froh, dass ihr da seid und wir haben ja auch noch andere Personen später da, die in der freiberuflichen Situation arbeiten, ihr auch vom Teamparcours. Also ihr hattet härtere Zeiten wie wir im öffentlichen Dienst. Ich meine, bei uns ist viel weggefallen und ich bin froh, dass wir das heute nett absagen mussten, dass wir besser aufgestellt sind wie im Mai, weil es einfach sehr wichtig ist, dass wir irgendwie weitermachen und dass wir auch gut weitermachen und professionell. Und es ist einfach schön, dass man hier sein kann, dass ihr hier seid und dass wir ein gutes Programm haben. Und der Herr Gerber hat sich schon gemeldet, deswegen habe ich eben so Zugungen hier, weil ich ihm zugewinkt hatte. Es gibt, glaube ich, Fragen. Ja, also erst mal vielleicht die Rückmeldung. Das ist ja auch ganz wichtig. Also es geht von sehr gut dargestellt, dann allerdings mit dem Hinweis, dass ja eine Kommunikation zwischen der Mutter und dem Sohn stattfand und dass eine Schreiberin sagt, na ja, oft erlebt sie, dass überhaupt keine Kommunikation da ist. Also Fehlanzeige wird da genannt. Allerdings hat ein anderer User geantwortet, na ja, es wird aber gut gezeigt, wie man, dass es nicht gelingt, an das Kind eigentlich heranzukommen, sondern es ist immer so was wie ein Pingpong-Spiel ist. Das ist so mein Begriff. Und nochmal der Hinweis, dass die Hilfslosigkeit gut eingefangen ist. Das sind mal die Rückmeldungen. Jetzt kommen wir zu fünf Fragen. Mal sehen. Nämlich, also eine Frage geht so ein bisschen in die ähnliche Richtung. Das Stück hätte sich ja auf dem Gymnasialniveau bewegt, also von der Geschichte des Jungen. Und die eine Frage ist, wie holt man Haupt- und Realschule ins Boot? Und ich glaube, auch von der gleichen Userin ist die Frage, gibt es auch ein Stück in einfacher Sprache? Als Beispiel wurde da genannt, dass vulnerable Gruppe benannt wurde und dass das aus Sicht der Anfragerin schwer verständlich ist. Und dann gibt es eigentlich zwei Fragen, die zielen darauf ab und sind vielleicht auch als Anregen zu verstehen. Nämlich, sind auch Eltern eine Zielgruppe? Und gleich hinterher kam dann, ob die Stadt Mannheim so was nicht auch für Eltern anbieten würde und dass man die zusammenbringt, also fremde Eltern zusammen anschauen, um so was auch wie Gemeinschaft zu spüren. Und die letzte Frage ist, wie denn die Schüler bisher reagiert haben? Okay, lass mich mal nichts vergessen. Ich fange mal einfach an, okay? Ich habe nicht gesprochen. Tatsächlich ist es so, dass wenn wir für Werk-Realschüler rausgehen oder für Realschüler, dass wir dann natürlich nicht von Punkten sprechen, denn die kennen das Punktesystem nicht und dem muss man dann auch nicht darauf hinweisen, dass sie auf einer Realschule sind oder auf einer Werk-Realschule. Das ist denen nämlich eh schon wohl bewusst. Das ist ein guter Hinweis, dass wir sagen, dass wir das Vulnerabel noch mal deutlicher erklären. Denn natürlich, das merke ich bei mir manchmal auch, ich sage dann in den Nachbesprechungen immer, ich rede manchmal kompliziert, aber dann unterbrecht mich sofort, denn es macht ja gar keinen Sinn, wenn ich was erzähle und ihr kapiert gar nicht, wo und ich sitze da und sage, hä, was? Dann kann man mich stoppen und dann probiere ich das einfach mit anderen Worten noch mal zu sagen. Ich finde das total wichtig, weil wenn wir aneinander vorbeiquatschen, brauche ich an die Hingehen, dann kann man es gleich lassen. Lass mal ganz kurz, ich habe gerade noch den Faden. Ich finde auch, diese Hilflosigkeit ist da drin, die hat man oft als Eltern, man weiß nicht, wie man es anpacken soll, aber das ist ja auch in Ordnung, wenn wir manchmal hilflos sind als Eltern, denn wir müssen auch nicht alles können. Wir sind nicht Superman und Superwoman und das kann irgendwie auch keiner von uns erwarten. Was wir aber wissen dürfen ist, so eine Suchtberatungsstelle, die ist nicht nur für die Süchtigen, die ist auch für die Angehörigen und das würde ich jedem empfehlen, dass wenn er nicht weiß, wie er es angehen soll, bevor er einen Fehler macht oder bevor er was nicht richtig macht, Fehler, das sind schon Fehler, bevor er was nicht richtig macht, dass man sich da hinwendet und einfach sagt, ich weiß gar nicht, ich bin so hilflos und das ist völlig in Ordnung, wir dürfen das zugeben. Ich bin auch Mutter von zwei Söhnen und wenn man es auch mal sagt, den Kindern, das nehmen die einem nicht übel, die schätzen das, wenn man mal ganz ehrlich ist zu ihnen und das ist eine Sache, die brauchen wir, glaube ich, in allen Gesellschafts- und in allen Lebensbereichen, dass wir in eine andere Ehrlichkeit gehen miteinander. Ganz oft machen wir, so dass jemand zahlt, für die Regionen, in denen wir das Stück im Moment spielen, einen zentralen Elternabend. Das finde ich eine wundervolle Sache. Den kann ich natürlich nur nicht immer im Sponsoring machen, als müsste sich dann jemand finden, der das bezahlt, denn ich finde das auch eine gute Sache, weil dann sitzen nachher hier 25, 50 Eltern und dann können wir nämlich genau über solche Sachen sprechen und dann können wir sagen, ich weiß nicht, wie ich das machen soll oder was sagt man denn dann oder ist es gut, wenn ich da jetzt dann schimpfe und das einfach verbiete oder soll ich vielleicht lieber sagen, der Mensch, der du vorher warst, den macht dich viel lieber oder all solche Dinge. Also ich finde den Elternabend eine gute Sache. Also das war ja heute Abend und dann kommst du auch noch mal dran, Gerhard, ich habe vergessen niemanden. Ich glaube, ein bisschen Zeit haben wir auch noch. Irgendjemand muss mir ein Zeichen geben, weil ich keine Uhr habe und das Handy nicht mitnehmen wollte, wenn wir dann, wir nehmen noch die Fragen, dass wir dann einfach ein Zeichen kriegen, damit wir nicht zu lange hier sitzen, aber es ist total spannend. Die Stadt Mannheim wollte ja heute die Veranstaltung auch machen und es ist ja auch, also Eltern konnten teilnehmen, wir haben das ja breit beworben. Jetzt haben wir ja noch mal ganz viele Schulveranstaltungen. Also ich bitte Sie einfach, wenn Sie jetzt die Fragen gestellt haben, auch mir noch mal eine Rückmeldung zu geben oder jetzt auch im Chat, wenn da ein Bedarf ist, weil man hat es oft auch mit Elternabenden, dass man manchmal zu ganz wenig Menschen dann kommt. Es ist, glaube ich, auch gut, mal das Theaterstück gesehen zu haben, weil wenn es dann Eltern betrifft, ist es ja auch so ein Thema, wo man sich vielleicht auch outen muss. Nee, aber das ist auch eine gute Möglichkeit, dass ich dann nachher über das Theaterstück, wenn das Kind und die Eltern ein Stück gesehen haben, dann hat man leichter, weil dann kann man hingehen und sagen, hey, wie fandst du das in dem Theaterstück? Also das fand ich ja ganz krass. Also genau, das ist uns ja auch wichtig, dieser Dialog, das ist ja alles bei suchtpräventiven Themen, oder dass Lehrer sich das heute auch anschauen können, dass wir einfach alle, ja so ein bisschen auf dem gleichen Stand sind. Das wird natürlich nicht eins zu eins funktionieren, weil so viele Leute jetzt gar nicht auch heute kommen konnten. Aber wir könnten da gerne auch nochmal, wenn da ein Bedarf besteht, auch nochmal mit den Schulen, wo wir aufgeführt haben, dass wir einfach nochmal Werbung machen und dass wir da online mit einer Nachbesprechung auf jeden Fall auch was hinkriegen. Jetzt darfst du, Gera. Dankeschön. Ja, zunächst wollte ich mich auch nochmal kurz für dieses Nachfragen bedanken, aber einfach auch gleich hinzufügen, dass dieses Thema Vulnerabilität bei Psychosen und viel Kiffen in jungen Jahren, dass wir genau das natürlich ausführen und nochmal erklären. Das geschieht genau da. Also da lassen wir die Kids nicht im Regen stehen und da versuchen wir natürlich, das Ganze altersgerecht runterzubrechen. Das ist auch immer so ein bisschen die kleine Kunst dabei zu schauen, sind das jetzt Achtklässler, wo hole ich die ab, könnte ich mit den Neunklässlern ein bisschen anders reden. Das passiert, da sind wir durchaus sensibilisiert, aber es ist natürlich richtig unerklärt, ist es für viele erstmal schwer nachvollziehbar. Aber das tun wir. Okay. Vielleicht, Gerald, nochmal eine Frage gerade an dich. Du bist ja noch nicht so lange dabei, wir kennen uns auch aus einem anderen Kontext, weil der Gerald auch kommunaler Suchtbeauftragter in einer anderen Kommune war. Ja, und von daher haben wir auch aktiv in einem Arbeitskreis zu Cannabis zusammengearbeitet und in anderen Zusammenhängen. Du bist jetzt, wie gesagt, nicht so lange dabei. Warum machst du mit? Und was ist so deine Intention mitzumachen? Und welche Erfahrungen hast du bisher gemacht? Ja, vielleicht so viel auf diesem Schild steht. Mein Name drunter, Schauspieler, das ist natürlich Etikettenschwindel. Also, ich bin seit über 30 Jahren in der Suchthilfe tätig. Davon waren tatsächlich, wie du schon gesagt hast, drei Jahre als kommunaler Suchtbeauftragter im Landkreis Ludwigsburg. Aber die Hauptzeit habe ich beim Caritasverband für Stuttgart verbracht und da im Grunde genommen in allen Angeboten der Suchthilfe dort, die es dort gibt, über die Jahre hinweg. Dorthin bin ich auch wieder zurückgekehrt und das mache ich gerade zu 80 Prozent. Ja, und warum bin ich in die Prävention gegangen? Da habe ich immer natürlich mal wieder was mit zu tun gehabt. Schwerpunkt war immer eher Suchthilfe, aber in Ludwigsburg war viel natürlich auch Prävention nachgefragt. Und ja, dann ist es mal irgendwann mal so, dass ich in meiner Ausbildung zum Psychodramatiker sozusagen irgendwann mal gesagt bekommen habe, Gerald, alles schön gut, du bist ja ein guter Therapeut, heute, aber ich werde auch eher Schauspieler. Das war so von ein, zwei Freunden dort ein Tipp. Und ja, ich habe früher in der Schule viel gespielt, es hat mir immer Spaß gemacht, aber ich habe es eigentlich nie umgesetzt. Und dann hatte ich in meiner Zeit in Ludwigsburg die Moni kennenlernen dürfen und hatte da die vorher schon erwähnten Stücke, alte Hasen, Püppchen kennengelernt. Und mich hat das Konzept ziemlich beeindruckt und ich dachte mir, so etwas will ich auch gerne machen. Und dann, ja, dachte ich mir, bevor ich jetzt zu alt dafür werde, ich frage mal die Moni und irgendwie, ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau. Du hast gefragt, genau, du hast gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, dass du da dabei bist. Und dann habe ich sofort ja gesagt, natürlich, weil ich kann mir immer viel vorstellen. Und wir sind jetzt ein ganz wundervolles Team aus zehn Menschen, die in verschiedenen Bundesländern auch unterwegs sind mit den Stücken. Das finde ich auch eine coole Sache. Also das will ich auch mal erwähnen, und dass da noch viele, viele andere dabei sind. Ja, also ich bin auch total begeistert von eurer Arbeit. Fragt nochmal den Herrn Galba auch noch Rückmeldungen oder Fragen gibt. Ja, es gab nochmal eine Rückmeldung zum Anspruch. Also auch, dass es für Gymnasiasten sehr anspruchsvoll ist und ja eine Feststellung, wie vielleicht auch eine Frage, ob es denn eigentlich eine dramaturgische Vorbereitung auch braucht. Da war sich der Schreiber unsicher in meiner Wahrnehmung. Und es wird jetzt gerade diskutiert, inwieweit Elternabende denn eigentlich verpflichtend sein sollten, da man sonst nur an die Eltern kommt, die sich eh kümmern. Das wird jetzt gerade oder wurde gerade von zwei Usern diskutiert. Und es gibt noch eine Frage, eine neue, nehme ich nochmal ganz konkret. Gibt es so einen zentralen Elternabend in Mannheim schon? Und wenn ja, da wird er finanziert, beziehungsweise, wenn ich mir das angehört habe, wäre noch die Frage, ob es denn auch sozusagen eine Stückvariante in einfacher Sprache gibt, um auch andere Zielgruppen noch anzusprechen. Ich glaube, wir unterschätzen manchmal unsere Jugendlichen. Die kriegen mehr mit, als wir uns das vorstellen können. Ich hatte das auch in anderen Stücken, dass man so gedacht hat, das können sie gar nicht mitkriegen. Und das stimmt nicht. Also die Kids bekommen alles mit und das bekommen sie auch gut mit. und in den Nachbesprechungen, die wir hatten, war das auch so, dass die auch ziemlich gut ins Thema gehen. Und wenn ich mal ganz ehrlich bin, mache ich meine, mache ich am gernsten Nachbesprechungen in den Werkrealschulen. Denn diese Kinder sind froh, wenn ihnen mal jemand zuhört. und die wollen was sagen und die haben auch was zu sagen. Und das ist wirklich mein Favorite. Und die kapieren schon, von was ich vorher spreche und tatsächlich kapieren sie auch, worum es nachher geht. Und das tut allen, glaube ich, gut, wenn wir da so eine Nachbereitung haben. Und das ist, wir unterschätzen unsere Kinder manchmal. Das ist hinzukriegen, glaube ich. Und man darf natürlich auch nicht ganz vergessen, da ist die Schauspielerei auf der Bühne auf der einen Seite, aber wir haben natürlich beide auch eine langjährige, sehr langjährige Erfahrung mit Gruppen, die natürlich auch dazu führt, dass wir natürlich da auch eine gewisse Sensibilität mitbringen und die Kids schon dort auch ein Stück weit abholen können, wo sie sind. Und das stimmt, was du sagst. Und das ist so. Also ich gehe im Jahr, seit sieben Jahren, an 120 Schulen. Jeweils für vier Klassen. In einer Klasse sitzen circa 30 Kinder. Und ich muss sagen, am allerwenigsten werde ich geholt in ein Gymnasium. Und es war, ich glaube, ich hätte dieses Stück nicht so geschrieben, wenn ich denken würde, es ist nicht zu verstehen von den Kindern. Ich glaube, ich habe da schon ein bisschen Erfahrung. Also die Erfahrung habe ich auch in Präventionsarbeit, sowohl zu psychischen Erkrankungen, dass wir gerade mit Werk, der ja, als Schulklassen, damals noch Hauptschulklassen, sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Die fragen fast alles und es ist sehr gut und sind sehr offen und sehr sensibel und ich finde, die Arbeit ist sehr wichtig. Momentan erleben wir es auch so, dass Gymnasien fragen sonst mehr an, dass momentan die Gymnasien ein bisschen weniger anfragen und dann war ja noch die Frage Ah, lass mal noch mal kurz. Also wer das jetzt gefragt hat oder wer der Meinung ist, man findet mich im Internet, da ist meine Mailadresse. Morgen werden Kinder, die nicht auf dem Gymnasium sind, den Film schauen und wir werden dann die Nachbereitung machen. Und dann schreiben sie mich doch einfach an und ich werde ihnen antworten, wie das gelaufen ist. Weil da können wir es ganz klar sehen, denn jetzt habe ich dreimal in einem Gymnasium gespielt und ab morgen kann ich genau diese Frage ganz super beantworten. Das ist ein Angebot jetzt von mir, und das fände ich richtig gut, wenn sie es machen, wenn sie sich das trauen. Und zu dem zentralen Elternabend können wir gerne machen. Mir ist dann noch mal das Feedback wichtig, dass wirklich auch dann Eltern kommen, dass wir eine gewisse Anzahl von Menschen haben. Vielleicht könnte man das Theaterstück ja auch wieder online aufführen und dann finden wir auch, glaube ich, einen Ort, vielleicht jetzt nicht morgen, aber in nächster Zeit. Ja, und dann mir einfach eine Mail schicken oder auch wenn es jetzt an die Monika was weiterzugeben ist. Wenn es einfacher ist, meine Adresse, dann lege ich alles weiter. Das ist kein Problem. Und wir sind ja heute auch da, also das Theaterstück, weil so eine Sache her beschäftigen wir uns noch ein bisschen mehr mit Erlebnispädagogik. Ja, was denkt ihr mit eurer Theaterpädagogik, mit eurem Theaterstück? Ja, wie schätzt ihr das auf die Wirkung, also im Zusammenhang mit Suchtprävention ein? Welche Wirkung hat Theaterpädagogik in dem Zusammenhang? Also Theaterpädagogik ist einfach eine Sache, die viel über das Gefühl auch geht, wo wir oft auch kleine Übungen machen, dass wir mal spüren können, wie geht es mir denn da, wie geht es mir mit manchen Situationen, das ist der Mehrwert. Und im Endeffekt lernen in der Theaterpädagogik die Kinder und Jugendlichen immer ohne, dass sie merken, dass sie lernen. Und das ist der Spaß da dran, der Mehrwert. Deswegen mache ich das so gerne, weil sie es einfach gar nicht mitkriegen und es da aber doch wissen. Und meine Prämisse ist, wenn ich rausgehe, wenn ich von 100 Kindern eines erreiche und was verändere, finde ich, habe ich schon gewonnen. Dann habe ich schon einen guten Job gemacht. Ja, und ich werde sogar noch ergänzen, wir gehen ja in diesen Momenten schon auf der Bühne, aber nachher auch in den Nachbearbeitungen, zwar in einem kurzen Zeitraum, aber immerhin in einem dafür zur Verfügung gestellten Zeitraum in Beziehung. Und da liegt natürlich immer viel Kraft drin, wenn es darum geht, etwas mitzubekommen oder anzunehmen. Und das ist halt der Punkt heute. Ganz allgemein leben wir in einer Zeit, die eben genau das, nämlich sich Zeit zu nehmen für Beziehungen immer seltener bietet oder zumindest scheinbar seltener bietet. Und ja, da weisen wir halt auch noch mal drauf hin, dass das eben sehr, sehr wichtig ist. Und wir sehen es eigentlich ein bisschen umfassender. Wir fokussieren eigentlich aus der Geschichte nicht allein aufs Cannabis, sondern legen wirklich auch noch mal Wert drauf, dass das in Beziehung gehen, in Prozesse gehen, das Lernen einfach natürlich ein sehr guter Gegenentwurf ist, um Zufriedenheit zu generieren, entgegen dem auf den Punkt ein Bedürfnis wegzumachen oder zu befriedigen, was eher so spezifisch für so eine Konsumstrategie ganz im Allgemeinen ist. Das versuchen wir dann auch auszuarbeiten. Und genau dazu, ja, wir plädieren einfach auch für Beziehungen und für Zeit für Beziehungen. Das ist was, ja, das lässt sich nicht optimieren. Und da müssen wir alle aufpassen. Und das gilt also nicht nur für uns, sondern insgesamt so als Beto jetzt zu verstehen. Also ich glaube, das ist auch das Wichtige, dass wir durch diese Angebote auch mit der Erlebnispädagogik noch mal zukommen, dass wir einfach andere Zugänge kriegen und ja, dass eine Nachbereitung wichtig ist. Und gerade vielleicht jetzt in Corona-Zeiten, wenn wir Anfragen kriegen, dass das auch was ist, was vielleicht jetzt noch mal mehr auf der Strecke bleibt, bei so viel Verunsicherung, weil wir nicht wissen, was morgen kommt und keiner will morgen höhere Zahlen, jeder will die Normalität wieder zurückhaben. Und ich glaube, das macht ganz viel mit uns allen. Und ich glaube, dann sind solche Angeboten, wo man einfach sich austauschen kann, sehr, sehr wichtig. Und jetzt würde ich noch mal, vielleicht gibt es aus dem Publikum hier auch noch Fragen. Wir sind jetzt so viele und Herrn Gerber noch einmal fragen, ob noch was kam. Ansonsten machen wir so eine Schlussrunde. Jetzt aus dem Netz ist nicht mehr eingegangen. Gut. Und gibt es aus dem Publikum was? Ich will jetzt aber auch niemanden nötigen. Ansonsten würde ich sagen, machen wir vielleicht eine kurze... Darf ich eine Sache noch sagen? Du darfst noch sagen und dann machen wir so eine kurze Schlussrunde. Was ich ganz furchtbar fand, war in der Corona-Zeit, dass als allererstes und sagen und klanglos und ohne, dass nachher irgendjemand darüber gesprochen hat, die Prävention als erstes gefallen ist. Denn wir durften alle gar nicht mehr arbeiten. von jetzt auf nachher wusch und als hätte es uns nie gegeben. Und das war ein bisschen schade, weil ich immer gedacht habe, wir alle machen einen tollen Job und einen wertvollen Job. Und ich denke auch, jetzt, wo wir wieder in die Schulen durften, alle, die es ein bisschen ernst nehmen mit der Prävention, sagen, es ist wichtiger denn je, denn die Kinder waren sechs Monate zu Hause. Und es war nicht für alle schön. und deswegen müssen wir jetzt auch wieder unterwegs dürfen, denn es ist wichtig. Und wer auch immer irgendwo in der Öffentlichkeit was sagen möchte, zur Prävention sollte für uns sprechen, denn wir haben keine Lobby. Wir werden wieder fallen, sang- und klanglos. Das hätte es uns nie gegeben und es wäre einfach schade. Denn ihre Kinder, glaube ich, brauchen uns. Uns alle. Ich glaube, das waren jetzt die besten Schlussworte auch zu der Runde, zu dem Thema. Es ist viel, also uns ist ja wichtig und wir haben ja auch einen guten Weg gefunden, die Veranstaltung heute durchzuführen. Und ich glaube, da müssen wir einfach in den nächsten Wochen einfach auch mutig sein, diese Wege weiter zu gehen und dass die Zahlen dann auch wieder runtergehen und dass wir dann auch wieder zunehmend in die Schulen gehen können. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auf die nächsten beiden Tage, auf die Rückmeldungen und wir freuen uns auf die Rückmeldungen aus dem Chat oder aus von Teilnehmenden, weil so können wir unsere Arbeit auch weiterentwickeln. Ich bedanke mich nochmal bei euch und wir machen einen kurzen Wechsel. Wir bleiben aber online. Genau, wir müssen ein bisschen desinfizieren, aber wir machen in ein paar Minuten weiter. Vielen Dank. Herzlichen Dank, dass wir da sind. Prima. Wir sind wieder zurück. Es gibt immer diese Umbau- und technischen Herausforderungen, aber das kriegen wir gut hin. Jetzt ist die Svenja Hausör bei mir vom Seilgarten Mannheim, die Leslie Lusiak und der Tobias Rentsch. Hallo. Hallo. Vom Team Parcours Mannheim. Ihr könnt euch vielleicht, also ich habe euren Namen schon gesagt, ihr könnt vielleicht kurz euer Angebot vorstellen. Wir arbeiten ja schon eine Weile miteinander zusammen oder mit den Institutionen schon viel länger, zumindest mit Seilgarten und Waldhaus, die heute Abend leider nicht hier sein können. Wir haben drei Angebote, die wir auch fördern von der Stadt Mannheim, weil uns diese Erlebnispädagogik im Zusammenhang mit Suchtprävention wichtig ist. Jetzt machen wir einfach mal so eine Runde. Svenja, du fängst an. Erzähl mal ein bisschen, was du so machst und was die Einrichtung ist. Sehr gerne. Ich sage es auch nochmal, Svenja Houser ist mein Name. Ich bin Religionspädagogin und Erlebnispädagogin. Ich arbeite für den Seilgarten Just Try It. Der gehört der Evangelischen Kirche in Mannheim. Das heißt, ich bin bei der Evangelischen Kirche angestellt und leite eben diesen Seilgarten. Und Mut, Vertrauen und Gemeinschaft ist der Leitsatz unseres Seilgartens. Es geht also viel um den Sinn und eigene Stärken und Schwächen und darum geht es auch in der Suchtprävention und deswegen sind wir da gerne immer wieder mit dabei. Schönen guten Abend. Leslie Lusjag, der Herr Gläser, Herr Dr. Gläser, Timo, glaube ich ja sagen, nehme ich mal an, hat ja die Namen schon erwähnt. Ich freue mich, hier sein zu dürfen mit meinem Lieblingskollegen, dem Tobias. Schön, dich auch mal kennenzulernen. Schon viel gehört von dir, Svenja. Und super, herzlichen Dank auch nochmal an die Akteure vom Theaterstück und was mir ganz wichtig ist. Ganz, ganz viele Sätze wurden da gesagt, mit denen ich mich identifiziere, ob das jetzt die einfache Sprache ist oder schwierigere Sprache. Die Kids sind so gut drauf, wenn man Kinder einfach genau anschaut, verliebt man sich eigentlich in fast jedes Kind, wenn man das Potenzial unheimlich toll sieht. Das ist auch der Grund, warum wir heute hier sein dürfen, im Team Parcours Mannheim. Und wir haben auch, danke an dich nochmal und auch an die Stadt Mannheim, da Fördergelder jedes Jahr. Sonst könnten wir das so auch nicht machen, weil auch wie es vorhin schon viel im Präventionsbereich, wir nicht alles kostenlos machen können. Wir sind freiberufliche Trainer, uns hat es in der ersten Welle erwischt. Wir sind seit drei, vier Tagen schon wieder am schwitzen, weil alle Anmeldungen von Schulklassen jetzt wieder verschoben wurden. Man weiß der Kuckuck wohin und vielleicht gibt es uns dann gar nicht mehr. Und zum Thema uns, was wir machen, ist relativ einfach gesagt, wir gehen nicht in schwindelnde Höhen wie der Seilgarten. Das war was, was ich früher auch gemacht habe im Seilgarten, sondern wir haben einfach erlebnispädagogische Elemente auf 300, fast 300 Quadratmetern, Mannheim in der wunderschönen Neckarstadt, und die wir da betreiben mit erlebnispädagogischen Elementen und sowohl Schulklassen bis hin als auch zu Führungskräften zu uns kommen können, um das Team zu stärken, die Persönlichkeit zu stärken etc. Wir sind ein Trainernetzwerk Kommunikation Mannheim, die in diesen Räumen tätig sind und wir sind eine schöne, tolle, kunterbunde Mischung, bei euch wahrscheinlich auch Svenja, nehme ich mal an, von Erlebnispädagogen über Arbeitserzieher, über Psychologen, über ehemalige Sportlehrerinnen wie mich, das ist eine ganze Weile her und wir lieben es einfach, diese Mischung auch, dass wir viel von Kindern lernen, was wir den Erwachsenen weitergeben oder versuchen, die Jugendlichen ein bisschen in die Erwachsene oder auf die Erwachsenenwelt vorzubereiten, von Präsentationstraining, die wir auch dann in den Räumen bei uns machen können und wir lieben es einfach, mit Menschen zu arbeiten und vor allem, es ist einfach immer fantastisch, wenn fünf Klässler, wir arbeiten ab fünfter Klasse, fünf Klässler zu uns kommen und es ist einfach faszinierend. Mehr dazu erzählt euch bestimmt der Tobi, er ist so ein bisschen Brain, ich bin eher das Gefühl und das ist die spannende Mischung, deswegen auch mein Lieblingskollege. Ich finde es super, super toll, hier sein zu dürfen und einfach auch ein bisschen Werbung zu machen und diejenigen, die uns noch nicht kennen oder die Svenja Seilgarten noch nicht kennt, Tobi noch nicht kennt, das Theaterstück noch nicht kannten bisher, Herr Dr. Klee, sollte die Abendakademie, übrigens danke für die ganzen Helfer hier, wir die Chance haben, das eben hier uns ein bisschen zu präsentieren. War die Frage jetzt beantwortet? Ich glaube nicht. Eigentlich ist die Frage schon beantwortet, oder? Willst du noch was ergänzen? Ich warte auf den nächsten Einsatz. Wir kriegen noch Gespräche, glaube ich. Ich wollte einfach mal fragen, also ich finde es ja ganz toll, ich bin sowohl mit Svenja als auch mit der Leslie und dir auch in regen Austausch und ich finde es immer sehr spannend, weil ich ja doch, ich sitze nicht nur am Schreibtisch, ich bin viel unterwegs in Mannheim, auf Landesebene, sitze viel in Netzwerken, Leitennetzwerken, dass ich immer euren Ansatz besonders wichtig finde. Wir machen ja auch andere Suchtpräventionstage zusammen, ja, das ist einfach dieser andere Zugang, sowohl mit Theaterpädagogik wie mit Erlebnispädagogik und ich kriege immer ja ganz tolle Rückmeldungen. Ihr könnt ja von den Rückmeldungen auch ein bisschen erzählen und was glaubt ihr, was hat den Mehrwert? Was zeichnet das aus? Wollen wir wieder die Runde? Willst du anfangen, Svenja? Gerne. Grundsätzlich ist es so, wer zu mir in den Seilgarten kommt, der kommt nicht durch die Tür und ich sage, heute geht es um Sucht oder Ähnliches. Das ist einfach primär überhaupt kein Thema bei uns. Es geht genau um das Gegenteil eigentlich. Es geht um eine Stärkung der Teilnehmenden und vor allem auch der Gemeinschaft. Denn was kann Sucht besser verhindern als eine Gemeinschaft, die trägt? Und besonders ist bei uns vom Konzept her, wir sind kein Erlebnis-Seilgarten, sondern wir sind ein pädagogischer Seilgarten. Das heißt, die Teilnehmenden sichern sich bei uns gegenseitig. Also es gibt keine Selbstsicherung, sondern eine gegenseitige Sicherung. Das heißt, ein Teilnehmer steht am Boden und hat ein Sicherungsgerät und hat noch einen Menschen an seiner Seite, der gemeinsam mit ihm die Person, die oben in neun Metern Höhe sich bewegt und sehr unsicher ist in der Regel, der für die Sicherheit dieses Menschen da ist. Das führt letztendlich dazu, dass die Teilnehmer lernen, sich gegenseitig zu vertrauen oder eben ein Vertrauen auch gestärkt wird. Und ich habe immer wieder Gruppen, die auf den Platz kommen und dann hören die morgens, dass sie sich gegenseitig sichern und dann sagen sie, ich will aber nur von meiner besten Freundin gesichert werden oder der soll mich auf gar keinen Fall sichern. Und im Laufe des Tages, wenn wir viele gemeinschaftsstiftende Elemente auch am Boden gemacht haben, kommt es dann dazu, dass es ihnen irgendwann auch egal ist, wer sie sichert. Und das, finde ich, ist eine unglaublich schöne Entwicklung, die allein schon innerhalb eines Tages zu sehen ist. Und auch zu sehen, dass junge Menschen da morgens hinkommen und sagen, das ist aber alles ganz schön hoch, alle Elemente sind bei uns auf neun Metern, da traue ich mich auf jeden Fall nicht hoch. Und am Nachmittag turnen die da oben rum, als wäre es nichts so und gehen mit unglaublich großem Stolz bei uns raus. Und man merkt richtig, wie sie alleine nach diesen sieben Stunden, die sie bei uns sind, schon ein sehr gesteigertes Selbstbewusstsein haben. Und das ist eines unserer wichtigsten Elemente, mit dem wir an die Suchtprävention auch herangehen. Also Gemeinschaft und Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein. Prima, willst du? Ja, ich persönlich finde es gerade super schade, dass wir sozusagen in zwei Schichten hier oben setzen. Mich hat es schon fast nicht auf den Stühlen gehalten, als ihr hier saßt. Wir hätten gerne, glaube ich, in der Runde weitergesprochen, denn wir stellen doch tatsächlich immer fest, egal aus welcher Richtung wir kommen, letztlich geht es immer um die gleichen Themen. Und wir kommen nur aus verschiedenen Richtungen, aber wir kommen auf die gleichen Themen zurück. Es geht immer um das Selbstwertgefühl, es geht immer um das Miteinander. Einer der zentralen Sätze, die da fiel, hört doch mal unseren Kindern zu oder wir hören ihnen viel zu wenig zu. Das ist eine Erfahrung, die machen wir auch jedes Mal, wenn wir mit jungen Leuten arbeiten. Das Spannende, was ich persönlich immer wieder merke, weil ich noch viel mehr als du auch dann mit Erwachsenen zu tun habe, mit den Schlipsträgern gelegentlich, auch da geht es um die gleichen Themen. Also sogar das, was die Jugendlichen bewegt, lässt sich genau übersetzen dann auch in das Erwachsene-Leben, in der Berufswelt. Es geht immer um Miteinander, es geht immer ums Wahrgenommenwerden, es geht immer ums Selbstwertgefühl, es geht immer um Wertschätzung, es geht immer um das Miteinander. Und es passiert immer da etwas, was du sagtest vorhin, wo wir miteinander Beziehungen treten, ehrlich, offen, auf Augenhöhe. Und das erlebt ihr vermutlich genauso wie wir auch. Ich höre das bei dir jetzt auch raus. Sobald wir den Menschen die Chance geben, das zu spüren und wahrzunehmen, da passiert dann was. Und das ist halt auch genau das, was dann diese Arbeit wirkungsvoll macht. Also es geht halt immer ums Miteinander in der Gruppe und um die eigene Wahrnehmung, die Wahrnehmung der anderen und das gegenseitige Stützen. In wörtlicher Form oder in übertragener Form in anderer Weise. Und was, denke ich mal, auch eine sehr wichtige Erfahrung für die Schüler haben, die sie im Alltagsleben vielleicht weniger haben. Da kommt nämlich genau dann dieses, was ja auch in dem Theaterstück war, da ist der Mehrwert ins Spiel. Ganz viele Herausforderungen, Sachen, die sie erschlagen, die sie fordern. Und ich denke mal, da können sie einfach... Ja, weil genau das sind ja die Mechanismen, die überall dann wirken. Das hat dann eben nicht nur eine Wirkung in diesem Sucht- und Präventionsthema, sondern überall. Also das kann zu besseren Noten führen, was die Schule angeht. Oder es kann zu einem besseren Zusammenleben in der Familie führen. Oder es geht um das bessere Gelingen der Arbeit im Beruf. Das ist immer dann eine Folge davon. Da ist der Mehrwert gleich mit eingebaut. Fällt euch so ein Feedback? Leslie, du schickst mir öfter mal Feedback. Ich bin immer meistens ganz begeistert. Fällt dir irgendeine Geschichte ein? Oder was, wo du sagst, das ist sowas? Oder was ist vielleicht irgendein Praxisbeispiel, wo du sagst, das hat mich beschäftigt? Oder vielleicht so eine Situation, die du erlebt hast, die dich besonders prägst? Da falle ich dich jetzt. Wie lange ist noch Zeit? Es sind so viele unglaubliche, mindestens immer drei, so viele unglaubliche Geschichten, außer dass wir jetzt noch das Glück hatten, Trainings zu haben mit Schulklassen beziehungsweise mit Azubis. Das können wir auch noch durchziehen. Es sind allerdings zum Glück oder passen noch acht Azubis an einem Tag. Finde ich auch toll von der Firma, größere Firma in der Pfalz, die das macht, ohne zu werben. Aber vielleicht kriegen wir Sponsorengelder. Das, was ich mit am verrücktesten fand, Neckarstadt. Ich bin zum Bäcker am Sonntag, ein Brötchen zu holen und ein Stück Kuchen für nachmittags. Und da steht ein junger Mann. Den Namen sage ich jetzt nicht, nicht, dass in der Bäckerei dann Schlange gestanden wird und gefragt wird, ist das wirklich so? Und den jungen Mann, der studiert jetzt und Job nehmen hier in der Bäckerei, was ich auch schon faszinierend finde. Und den kenne ich seit der fünften Klasse. Und wir waren in der fünften Klasse im Landheim, das Erlebnispädagogisches Landheim, wo wir engagiert werden. Kollegen, die dann mitgehen, drei Tage für die fünfte Klasse, weil sie noch Heimweh haben und ab sechster, siebter Klasse ins kleinen Walsertal, fünf Tage. Und ich habe ihn in der fünften Klasse getroffen, drei Tage. Ich habe ihn in der siebten Klasse, nee, in der dritten, in der fünften Klasse drei Tage getroffen im Landheim. In der siebten Klasse muss es gewesen sein, fünf Tage im kleinen Walsertal. Und super sozialkompetenter, junger Kerl schon, mit viel Feeling und großen fragenden Augen, wie alle eigentlich in der Klasse. Alle Kinder fragen immer und stellen Fragen. Und wir schauen viel zu selten dahin, was da dahinter ist und was die alles drauf haben. Übrigens, bei uns dürfen sie auch viele Fragen stellen, weil es gibt keine dummen Fragen, sondern Fragen machen wirklich schlau, ist ein bescheuertes Sprichwort. Also wieder zurück zur Bäckerei. Und dann spricht der, ich sage mal, E-Punkt. E-Punkt, also der spricht mich an und sagt, ach, sind schon ein bisschen schwieriger geworden und die Zeiten. Und dann sage ich, ich denke so oft ans Landheim und wie toll das war und Sätze, die du gesagt hast und dein Team gesagt hat und allein was ich über Körpersprache gelernt habe. Das hat mir immer bei der Bewerbung geholfen, an der Uni und bei Nebenjobs und nicht nur den Kopf rumdrehen, sondern zuwenden mit dem ganzen Körper. Also auch was, was ihr ja auch kennt von der Körpersprache. 70 Prozent übrigens Körpersprache kommunizieren wir, 30 Prozent ist Inhalt. Ich hoffe, meine Körpersprache ist gut. Inhalt, ein bisschen viel. Ich weiß nicht, ich glaube, die Zeit ist auch bald rum und ich spreche am meisten von allen jetzt. Tobi, tut mir leid, wie immer. Und er sagt dann, ich werde so viele Dinge nie vergessen. Ein bisschen schade finde ich, dass es hinterher erst Wirkung gezeigt hat. Aber bis heute siehst du Leslie und schaut mich dann so an. Und das finde ich faszinierend und für mich bedeutet es auch Vielfalt von dem, was wir alles tun müssen. Ich finde es toll, dass die Stadt was macht, dass es hier Theaterstücke gibt, dass es einen Seilgarten gibt, dass es einen Waldpädagoge gibt. Also es geht immer um die Vielseitigkeit, um die Jugendlichen auch abzuholen. Und wir machen eh bei uns absolut nur in unseren heiligen Räumen, und sagen manche immer, machen wir ausschließlich R-Plus-Feedback. Das heißt ressourcenorientiertes, positives Feedback. Da fällt nichts anderes in den fünf, sechs Stunden Training bei uns. Wir schauen nur auf die Stärken der Kids. Und wenn sie nur ein Stück Papier aufgehoben haben, sagen wir Danke. Dann sagen sie, bitte. Also die haben alles, Kinder haben alles, was sie brauchen. Und wir als Vorbilder müssen das fördern. Ein bisschen ein blöder Beigeschmack, das kennt ihr wahrscheinlich auch, ist, was ein Lehrer vorletzte Woche noch angesprochen hat, der bei uns mit einer Schulklasse war. Ich hoffe, das Feedback kam bei dir an von einem Lehrer, der wollte dir unbedingt schreiben. Und dass er gesagt hat, schade, schade, Nachhaltigkeit könnten wir so viel gebrauchen an der Schule. Also es wird oft was gemacht, was saugutes, und das war es dann wieder. Ich finde, was du gesagt hast, auch dieses, ja, dass man bei den Menschen, jungen Menschen was bewirkt, was ja auch nachhaltig ist, jetzt an diese Bäckerei-Geschichte gedacht. Und das erreichen Lehrer manchmal ja auch später. Und es ist mit eurer Arbeit, in dem Setting ist es einfacher. Und ich finde, es macht mich als Pädagogen oder so in der Arbeit, wenn ich dann diese Rückmeldung auch von euch allen lese, oder Schüler, wenn man auch an die Basis geht in der Klasse, kriegt solche Rückmeldungen. Und dann merkt man, es wirkt nicht immer sofort, weil gerade wenn es um Suchtprävention geht, warum will man was verändern? Es läuft doch gut. Man hat gar nicht die Sensibilität. Ich würde jetzt den Herrn Gerber noch mal fragen. Ich habe noch ein paar Fragen und ihr könnt auch bestimmt noch was erzählen. Gibt es noch was im Chat? Es gibt eine Rückmeldung. Keine Frage. Und zwar, ich lese die einfach mal wörtlich vor, weil damit die Wertschätzung ausgedrückt wird. Danke. Eine sehr wichtige Veranstaltung, die dank der modernen Medien möglich war. Sehr gut und authentisch war die Nachbesprechung. Auch die Fragen wurden kompetent und wertschätzend eingegangen. Ja, dann bedanken wir uns für die Rückmeldung. Ich kann da kurz einlenken, weil du eigentlich gerade auch einen oder ihr auch einen der Kerne der Erlebnispädagogik getroffen habt. Denn in der Regel, wenn die Menschen nach sieben Stunden bei mir den Platz verlassen, dann sind das keine neuen Menschen. Das ist uns, glaube ich, auch allen bewusst. Das ist bei euch ähnlich. Aber viele der Dinge, die wir anstoßen, wirken im Nachhinein dann in den Alltag hinein. Und das ist das, was mir besonders wichtig ist, dass sie irgendwann beim Bäcker stehen und sagen, bei dir habe ich ja so viel gelernt. Oder dass sie irgendwann mal vor einer Herausforderung stehen und denken, es ist wie im Seilgarten, da musste ich auch erst einmal drüber springen. Und dann habe ich gemerkt, das war gar nicht so schwer. Also das da im Nachhinein bewirken wir viel, viel mehr, als wir in dem Moment, wenn die Kinder oder die Jugendlichen vom Platz gehen, uns zurückgeben und sagen, das habe ich heute gelernt. Und es ist mir viel wichtiger, dass die danach irgendwie noch weitergehen und daran auch weiterarbeiten, an dem, was wir anstoßen. Vielleicht habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Also dem Lehrer geht es wohl um diese Nachhaltigkeit, öfter so Dinge machen zu können. Und nicht nur, wir sind jetzt einen Tag hier im Seilgarten, wir sind einen Tag im Teamparcours, sondern der Lehrer hat, ich glaube, er hat gemeint, Tobi, du hast auch mitbekommen, denke ich, der hat gesagt, ja und jetzt müsste man in zwei Wochen noch mal was machen und in zwei Monaten noch mal und dann könnte man mit der Klasse noch mal kommen zu euch und es nachbesprechen und gucken, die Kidsinterviewen, wie es ihnen gegangen ist in der Zeit. Und wir haben ja oft das Glück, fünfte Klasse, siebte, achte oder neunte, da machen wir die Präsentations- oder die Bewerbungstrainings und manchmal treffen wir dann auch welche, die dann inzwischen an der Hochschule sind und die wir beim Kick-Off treffen, die wir in unseren Räumen machen für ein Erstsemester und dann steht dann jemand da und sagt, hallo Leslie, kennst du mich noch? Dann sage ich, nein, ich war bei dir im Training. Sag ich, okay. Also ich bin überzeugt von sowas, mit eurem Theaterstück, Sätze die fallen, oft sagen Jugendliche immer, das war der eine Satz, den du gesagt hast oder den ihr gesagt habt. Ich bin mir sicher, dass immer irgendwas Wichtiges hängen bleibt bei den Kids, aber es geht einfach oft darum, sind die Gelder nicht da oder wir haben auch viele Schulen, die leider dann nicht kommen können und Dinge machen können, weil es einfach Geld kosten und gerade die Freiberufler, wie auch immer, wir müssen halt schauen, dass wir das auch überleben können in den Zeiten, heute sowieso, aber Tobi, ich bin dir schon wieder ins Wort gefallen, tut mir sehr leid. Dann fasse ich mich jetzt umso kürzer. Ich denke, ihr kennt das von der Theaterpoetagogischen Arbeit genauso wie ihr von der Erlebnispäagogischen Arbeit, wir erleben halt, was in wenigen Stunden möglich ist, in zwei, drei, vier Stunden unglaubliche Wirkung und Leute, die halt so begeistert sind von dem, was sie tun, wie wir es alle sind, stellen, wir stellen uns dann halt manchmal vor, was wäre denn, wenn wir das alle halbe Jahre hätten oder alle paar Monate oder jedes Jahr einmal. Das heißt, da wäre so viel mehr noch möglich. Das ist, glaube ich, die Geschichte. Und wir wissen ja, wie das ist. Der Alltag frisst dann vieles auch gelegentlich wieder auf. Daher halt dieser Wunsch, es ist nachhaltig, aber es könnte noch wesentlich nachhaltiger sein. Also ich denke mal, ihr habt ja auch teilweise Klassen, die auch jetzt schon mal öfter gekommen sind, ein Jahr später wieder. Wir machen die Förderung ja schon eine Weile. Es sind dann auch viele Schulen, die immer wieder mit ihren Klassen anfragen. Ich glaube, für manche Schulen ist es auch eine große Herausforderung, überhaupt einen Termin zu bekommen. Wir haben ja meistens jetzt momentan haben wir nicht so eine hohe Zuzahlung, weil wir einfach in den Zeiten gesagt haben, uns ist wichtig, dass die Angebote gemacht werden. Wir haben im Sommer ja auch ein bisschen mehr geöffnet Richtung Ferienprogramm und haben einfach gesagt, uns ist also sowohl mit dem Seilgarten als auch mit euch, wo wir einfach gesagt haben, wir wollen die Gelder sinnvoll nutzen, dass gerade auch jetzt was im Real Life wieder stattfinden kann. Das wäre vielleicht auch meine nächste Frage. Du hast ja eben schon gesagt, acht Azubis dürfen nur rein. Ihr musstet das splitten in dem Programm. Ja, wie sieht jetzt so ein Trainingstag, also gehen wir mal davon, und jetzt sagt ihr, es kommen wieder viele Absagen, dann fängt es wieder wie im April an. Hoffen wir, dass das nicht so lange dauert, dass wir jetzt auch anders damit umgehen. Aber ja, wie sieht so ein Seilgattentraining aus? Weil wir müssen hier auch die Mikrofone desinfizieren. Und ja, es ist einfach schwierig. Genau. Ich habe jetzt gerade die Situation, dass ich also eben diese vier in jeweils zwei Gruppen gesplittenen Aufträge bei uns mache seit ein paar Tagen. Und da hat sich tatsächlich am Ende der Woche letztens noch mal was geändert. Also da war Anfang letzter Woche die Regel noch mal eine andere, als jetzt dann ab Donnerstag. Großes Unternehmen, die haben dann im Laufe des Tages noch mal die Regeln geändert. Und das ist direkt zu uns durchgeschlagen. Es ist eine Herausforderung. Also sinnvolle Gespräche auf Augenhöhe führen, mit den Kontakttreten ist mit Maske schwieriger als ohne. Völlig klar. Gewisse Übungen, die besser laufen mit einer großen körperlichen Nähe, sind auf Distanz schwieriger aufzuführen. Das Schöne dabei ist, zu erleben, dass gerade junge Leute eher noch als ältere Menschen in der Lage sind, sich unglaublich schnell anzupassen. Sobald die Atmosphäre stimmt, sobald das Grundgefühl stimmt, sobald klar ist, wir sind hier zusammen in einem Brot und wir schaffen das gemeinsam, geht unglaublich viel. Und dann geht es auch unter den erschwerten Bedingungen. Solange die Aufträge weiterlaufen dürfen, wenn das Verbot kommt, ihr dürft nicht mehr, dann ist es natürlich vorbei. Aber solange die Bedingungen so sind, dass wir arbeiten dürfen in kleinen Gruppen und solange es auch Kunden gibt, die bereit sind zu sagen, naja gut, wir zahlen im Zweifelsfall auch mal die doppelte Anzahl der Termine, weil es wichtig ist, können wir arbeiten und wirkungsvoll arbeiten. Es geht, ist nicht schön, es geht aber. Also uns ist wichtig, dass wir schieben können, aber es bringt natürlich, gerade ihr seid selbstständig, ihr beide, es bringt halt dir natürlich nichts, alles zu schieben. Wenn man dann wieder kann, kann man sich nicht aufteilen und das Geld muss auch irgendwo reinkommen. und uns ist wichtig, also ich glaube, ich kann da auch für die Stadt Mannheim, jetzt für unseren Fachbereich auch sprechen, eure Arbeit zu unterstützen. Es wäre schade, wenn es die Arbeit nächstes Jahr oder in zwei Jahren nicht mehr geben würde. Ihr habt ein bisschen eine andere Struktur, weil ihr einen Träger hinten dran stehen habt, aber bei den Trägern ist es auch eng und Corona, was da alles auf uns zukommt finanziell, ich denke, das ist nicht unser Hauptthema, aber wie macht ihr das momentan im Zeitraum? Ihr seid Outdoor, ist vielleicht ein bisschen einfacher, aber. Also grundsätzlich, Corona ist anstrengend und absolut ernst zu nehmen, das ist mein kurzes Statement dazu, aber Corona ist auf eine Art anstrengend für Menschen, die selbstständig sind, aber Corona ist auch unglaublich anstrengend für unsere Kinder und Jugendlichen, denn die sind, und das fiel vorhin schon mal in anderen Zusammenhängen, die hängen den ganzen Tag zu Hause. Und da ist es manchmal schön und manchmal auch nicht so schön. Und wir haben uns relativ früh, wir durften schon ab dem 18.05. wieder unsere Tore öffnen, weil wir eben Outdoor sind, wir sind draußen, wir haben ein unglaublich großes Gelände, wir können da mit großem Abstand miteinander arbeiten. Und wir haben von Anfang an gesagt, wir müssen diesen Kindern und Jugendlichen irgendwie einen Raum bieten, wo sie auch einfach sein können und wo sie auch mal wieder Kind sein dürfen oder Jugendliche sein dürfen. Und deswegen sind wir relativ früh an Jugendhilfeeinrichtungen herangetreten, weil wir unter unseren Trainerinnen und Trainern auch relativ viele haben, die in diesen Jugendhilfeeinrichtungen arbeiten. Und da kam relativ schnell die Rückmeldung, unsere Jugendlichen wissen nichts mit sich anzufangen und die hauen dann ab. Und das war mitten im Lockdown. Und was die da genau gemacht und konsumiert haben, weiß niemand. Das ist manchmal auch besser so. Aber wir haben dann in Zusammenarbeit eben mit Kinderheimen und Jugendhilfeeinrichtungen Trainings organisiert, um diesen Jugendlichen Raum zu bieten und eine Alternative zu geben und zu sagen so, du musst jetzt nicht auf der Straße rumhängen, sondern komm zu uns. Das lief relativ lang. Was wir auch gemacht haben, ist, dass wir unsere Trainingszeiten verkürzt haben, weil sieben Stunden mit Maske ist unglaublich anstrengend. Es gibt viele Menschen, die müssen das und viele Menschen, die können das. Gerade Kinder können das inzwischen richtig gut. Ich finde, das hat beide Seiten. Es ist unglaublich erschreckend, dass es sein muss, aber es muss eben sein. Und mich freut es, dass die Kinder das hinkriegen inzwischen. Es ist aber, also gerade wenn es um sportliche Aktivitäten geht, um Rennen oder Klettern, da ist die Maske dann doch für die Atemwege etwas hinderlich. Deswegen haben wir verkürzte Trainingszeiten eingeführt und sind da dann einfach nur vier Stunden gemeinsam unterwegs, aber auch in vier Stunden kann man sehr, sehr viel miteinander erleben und machen. Habt ihr die Gruppen auch verkleinert oder mit wie vielen Jugendlichen oder wie vielen Teilnehmerinnen könnt ihr noch arbeiten? Aktuell noch gilt die Verordnung für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Entschuldigung, ich habe mich verarspelt. Und da ist aktuell tatsächlich noch die Zahl 30 drin. Die wird sich aber sehr, sehr, sehr schnell ändern. Wir arbeiten generell aktuell mit deutlich kleineren Gruppen. Und wenn wir größere Gruppen auf dem Platz haben, dann unterteilen wir in Kleingruppen, die aus maximal zehn Menschen bestehen. In der Regel zwischen sieben und zehn im Moment. Und habt ihr jetzt schon, gut, die Zahlen sind ja letzte Woche sehr hochgegangen, sind jetzt hoch. Habt ihr Absagen auch gekriegt, wie ihr das gespürt habt? Ich meine, ihr habt ja das Problem, dass das Wetter irgendwann auch gegen euch spielt. Ihr müsst eine Winterpause machen. Das brauchen die Kolleginnen nicht zu machen, weil sie indoor sind. Sieht es bei euch auch so aus? Ich denke mal, für die Schulen ist es einfach eine schwierige Situation. Manche Schulen haben mehrere Corona-Fälle schon gehabt. Klassen sind in Quarantäne. Lehrer sind in Quarantäne. Es ist einfach eine schwierige Situation, in die Schulen reinzugehen. Es ist noch einfacher, glaube ich, als Schüler auch wieder raus zu euren Angeboten zu bekommen. Wie ist so der Stand? Seit Freitag ist die Teilnahme an außerschulischen Veranstaltungen verboten. Denn der Wert liegt über 35 für Baden-Württemberg. Und da hat das Kultusministerium radikal alle Schulen wieder in ihre Räumlichkeiten zurückverbannt. Das trifft uns jetzt auf die letzten zwei Monate der Saison noch oder anderthalb Monate der Saison trifft es uns jetzt auch noch mal. Also wir haben jetzt momentan von Schulklassen auch nur noch Absagen, weil die einfach nicht mal raus dürfen. Andere Gruppen funktionieren bei uns noch. Also die Jugendhilfeeinrichtungen kommen weiterhin. Wir haben teilweise noch Konfirmandinnengruppen, die noch kommen. Aber letztendlich die, also alles, was Prävention in der Schule angeht, ist bei uns gerade auch wieder auf Eis. Vielleicht wäre das ja noch ein Ansatz. Die Herbstfirmen sind nächste Woche schon. Ob man da noch was realisieren kann. Aber ich glaube, es ist im Moment einfach auch eine Zurückhaltung allgemein. Ja, und die ist ja auch angemessen. Wir sollen es ja auch nicht empfehlen. Und von daher, aber das mal perspektivisch. Also ich kann ja vielleicht sagen, wir schreiben auch wieder aus. Wir haben das immer jetzt zu der Zeit meistens nach den Herbstferien gemacht, dass wir alle weiterfügenden Schulen in Mannheim angeschrieben haben. Wir haben jetzt bewusst gesagt, wir machen das später, weil wir haben noch ein bisschen Geld übrig. Beziehungsweise es sind auch noch Klassen, die kommen könnten. Aber jetzt aufgrund der aktuellen Situation dieses Jahr auch nicht mehr kommen können, sehr wahrscheinlich. Und dass wir ja da auch denen die Chance geben sollen. Und dass wir das dann für Februar, März ausschreiben, in der Hoffnung dann auch eine andere Situation zu haben. Ich kann sie jetzt als Elternschule, wer jetzt immer auch dabei ist, einfach animieren. Sponsoren. Ja, oder Sponsoren. Genau, das dürfen wir auch nicht vergessen. Einfach auch sich an mich zu wenden. Wir können da auch immer jetzt unabhängig vom Verfahren auch gucken, was zu realisieren. Natürlich nur, wenn wir es dürfen gesetzlich. Aber man kann ja schon mal perspektivisch auch planen. Und ja, dass Sie da sich einfach melden. Ich wollte noch sagen, weil ja auch Kolleginnen oder Teilnehmerinnen aus Nicht-Mannheim mit dabei sind, die Suchtprävention oder auch die kommunale Suchtbeauftragung, wo Auftrag für Suchtprophylaxe arbeiten, immer stadt- bzw. landkreisbezogen. Sie können jetzt nicht Angebote hier in Mannheim nachfragen, außer jetzt natürlich das Theater von der Monika Wider. Das kann man überall buchen. Gewisse Theaterstücke, die sie ja auch angeboten hat. Und unsere Angebote sind halt kommunal. Es geht jetzt immer nur für Mannheimer Schulen. Natürlich, wenn man irgendeine Frage hat, kann man sich auch an uns wenden. Aber wir würden dann auch an die Kollegen verweisen, weil die kommunale Zuständigkeit macht ja auch Sinn. Und es laufen auch ähnliche Angebote. Zu uns kommen übrigens auch Heidelberger Schulen. Das ist halt allerdings so, die werden dann nicht von euch gefördert. Wir sind da schon offen. Vielleicht kriegt ja die Stadt Heidelberg das auch irgendwann mal hin. Genau, nur dann, also Sie können sich gerne auch sehr seigern, dann ist ja auch, arbeitet ja auch, nimmt auch alle Gruppen an, egal wo sie herkommen. Das ist ja leider bei der kommunalen Struktur dann immer hier in unserer Rhein-Neckar-Region, wo wir drei Länder, Bundesländer haben, dass manches dann an Zuständigkeiten auch nicht geht. Zumindest ist die Finanzierung dann kommunal. Aber ihr seid offen für alle Menschen. Ja, also bei uns geht es schon auch über die Mannheims-Grenzen ein bisschen hinaus. Auch im unvergessenen Moment eine Pfälzer Schule aus Weisenheim. Die hatten auch vom Land Gelder, die dann zu uns, das Spannende ist ja, man kann ja zu uns in die Räume kommen und es geht nicht nur um Erlebnispädagogik, sondern es ist ja vielseitig auch, was wir anbieten. Und eine achte Klasse Realschule, die ein Präsentationsbewerbungstraining bei uns gemacht hat. Also es war, ging es mir ähnlich wie mit dir. Also ich liebe auch die Werkrealschulen etc. Also unvergessen, wie witzbegierig diese jungen Menschen sind. Es ist so faszinierend und das erleben wir jedes Mal bei uns. Es wird bei euch das Gleiche sein. Wir machen auch viel Theorie-Input und wir sitzen ganz, ganz oft, nehmen wir uns vor, nach dem Training eine Viertelstunde im Abschlusskreis nochmal zu sitzen, um zu reflektieren. Das dauert dann doch meistens eine Stunde oder anderthalb Stunden, weil da unglaublich viel Redebedarf ist. Und die Jugendlichen das auch nutzen eben, weil sie mal nicht unbedingt mit Eltern reden oder nicht auch unbedingt mit Lehrern reden, sondern sie sehen, es gibt auch coole Erwachsene, mit denen man sprechen kann. Geht euch eh nicht. Dann hinterher denke ich, ohne jetzt den Lehrern, ich ziehe für jeden Lehrer den Hut, ich möchte den Beruf nicht mehr machen. Ich finde es unfassbar genial, was Lehrer leisten. Und da gehe ich auch mit jedem in eine Diskussion, der was anderes sagt. Und es ist einfach, es muss immer ein Kreis sein, wo alles passt. Es müssen Sponsoren da sein, es müssen Unterstützer da sein, es müssen unterschiedliche Angebote da sein. Bei uns ist es halt ein bisschen die Schwierigkeit, wir können nicht durch die Schulen gehen, weil die Schulen lieben das auch immer, wenn sie außer Haus gehen können. Bei euch sehen sie das Theaterstück, das ist von Vorteil. Und wenn die Jugendlichen zu uns kommen, wir haben da auch Bilderausstellungen, die interessieren sich dann plötzlich für Bilder, die da hängen. Und ich muss dann den Künstler, der es gemacht hat, anrufen in der Pause, weil sie wissen wollen, wo das Foto aufgenommen ist. Also sehr, sehr viel Kulturelles machen wir auch, womit Jugendliche integriert sind. Wir haben gerade ein wahnsinnig tolles Projekt, wollten wir jetzt starten, ob das überhaupt nochmal wahr wird. Also Fotografen, wir treffen junge Fotografen, Schüler, und es ist alles sehr, sehr offen. Und ich hoffe wirklich, dass wir der Teamparcours die zweite, was auch immer da jetzt auf uns zukommt, überstehen. Ich hoffe das Beste, weil es gibt ja Unterstützer. Deswegen nochmal herzlichen Dank an die Stadt Mannheim, dass sie uns einfach Gelder auch zur Verfügung stellt. Genau, vielleicht, wir haben heute Abend ja so ungefähr ein bisschen mehr als 40 Teilnehmer hier im Chat, also einfach auch die, die mit dabei sind oder im Livestream mit dabei sind, dass sie einfach das auch weitertragen, wenn es um Sponsoren geht oder auch unsere Angebote in Anspruch zu nehmen. Weil wir haben die Veranstaltung ja, also das ist auch bewusst so, nicht nur wegen dem Theater heute, weil wir das auch aus geschützten Gründen und aus Gründen von Datenschutz und Rechten halt einfach auch in diesem geschützten Stream übertragen. Dass es ja auch immer schön ist, wenn man zu einer Veranstaltung weiß, man meldet sich an, das hat nochmal eine andere Verbindlichkeit. Von daher ist ja auch schön, wir wissen, wer heute Abend dabei ist. Sie können alle den Herrn Dr. Kleser anschreiben bei der Stadt Mannheim. Ich leite alles weiter, ja. Das ist dann wie bei den Anmeldungen, wenn Organisatorisch ständig was ändert. Ich bin gefüllte E-Mail-Postfächer gewohnt. Ich würde jetzt nochmal den Herrn Gerber fragen, ob es noch was gab. Ist jetzt nichts mehr eingekommen. Okay, ansonsten würde ich, glaube ich, ja auch schon eine Schlussrunde machen, weil ich denke mal, hier ist immer gleich hell oder dunkel in dem Raum, weil es keine Fenster gibt. Aber es ist schon relativ spät. Ich habe jetzt übrigens auch eine Uhr gefunden, dank dem Hinweis. Ja, ansonsten vielleicht, dass ihr einfach nochmal so ein Schlussstatement sagt, was ihr nochmal loswerden wollt. Es muss nicht so kurz wie bei Hart oder Hat, aber fair oder wie das heißt. Ich habe es nie gesehen oder schon lange nicht mehr gesehen. Einfach so ein Schlussstatement oder es können auch zwei, drei Sätze sein, was euch einfällt. So ein Resümee. Ich habe mir auch noch ein Resümee aufgeschrieben und dann gehen wir in den Feierabend. Dann habt ihr länger Zeit zum Überlegen. Was mir spontan eingefallen ist und eigentlich schon die ganze Zeit auf der Zunge liegt, aber ich habe nicht so einen passenden Moment gefunden. Vielleicht ist es dieser. Vorhin bei der Auswertung des Theaterstücks fiel immer wieder der Unterschied zwischen Werk, Realschule und Gymnasium. Ich kann den relativ klar fassen. Werk, Realschüler machen deutlich häufiger so Dinge, wie wir sie anbieten, als es Gymnasiasten tun. Und ich glaube, Gymnasiasten haben es aus meiner Erfahrung und ich habe regelmäßig Gymnasiasten auf dem Platz, sie haben es nötiger. Denn von ihnen wird permanent erwartet, dass sie das alles schon können und das alles wissen. Und sie tun es nicht. Das ist meine Erfahrung und ich würde mir wünschen, dass es deutlich mehr Gymnasien gäbe, die zu uns kommen und die unsere Angebote nutzen und die auch merken, wie sich ihre Schülerinnen und Schüler verändern nach so einem Tag bei uns. Ja, und die Jugendlichen sind natürlich sofort bei sowas dabei. Die Gymnasiasten sind am Anfang sehr, sehr skeptisch, weil sie nämlich genau dahin gedrillt werden, dass sie das alles schon können. Und dann merken sie, oh, es ist irgendwie doch ein bisschen anders. Und am Ende des Tages haben sie sehr, sehr, sehr viel mitgenommen. Das können wir sofort unterschreiben. Wir machen exakt die gleiche Erfahrung. Genau. Und wir machen ja auch die Erfahrung zumindest bei den Anfragen von eigenen Projekten, die wir jetzt kriegen oder auch bei diesem Cannabis-Theater-Stück, dass das Gymnasium sich momentan fast komplett rauszieht. Und ich denke mal, der Druck ist da, wie du gesagt hast, höher. Es geht viel mehr. Ich glaube, da wird von den Eltern auch oder auch von der Politik, vom gesamten System, von der Gesellschaft ein enormer Druck aufgebaut. Und ich würde die Lehrerinnen, die an einem Gymnasium arbeiten und uns jetzt sehen, auch nochmal animieren, zumindest Anträge zu stellen, sich für den Team Parcours anzumelden. Und ich glaube, es gibt auch bald wieder Wege oder einfachere Wege. Weil ich denke mal, die Angebote, das war ja auch mit diesen Niveaus, was kam. Wir können nicht 10 oder 20 verschiedene Niveaus fahren und leichte Sprache, was alles wichtig ist. Ich denke mir, wir müssen immer gucken, und das ist ja das Wichtige, dass wir als Person auch in die Schulklasse gehen. Von daher sind ja so Online-Angebote wichtig wie heute Abend. Aber ich finde es gut, dass man jetzt das Video halt als Video guckt, das Theaterstück. Aber danach gehen die beiden nochmal als Person in die Klasse. Weil ich glaube, Online-Suchtprävention funktioniert, aber ich glaube, es ist weniger nachhaltig, wenn man sich nicht mit einer Person, wenn man Fragen stellen kann, persönliche Berichte, wenn man sich auch mit der Person direkt austauschen kann. Jetzt gebe ich an euch. Und wenn man die jungen Menschen ernst nehmen kann. Genau. Denn das ist die Hauptsache. Das ist Beziehungsarbeit, die wir durchführen. Auch wenn wir uns nur sieben Stunden am Tag sehen und auch nur einmal. Dennoch bauen wir eine Beziehung auf und nehmen die Menschen ernst. Und nur dann können wir was bewirken. Genau. Unbedingt sehe ich genauso. Und für mich ist es einfach immer auch ganz, ganz explizites Thema. Hoffe nicht, dass ich jetzt geschimpft kriege, aber es ist loben, loben, loben. Hinschauen, was die Jugendlichen können, was die drauf haben. Manchmal haben wir auch das Glück, beim Elternabend da sein zu dürfen. Und dann sage ich zu den Eltern immer, immer weg davon, nach Hause zu kommen und zu sagen, hast den Müll wieder nicht runtergebracht, sondern hinzuschauen. Vielleicht wurde es ja vergessen, dass dafür die Spülmaschine ausgeräumt worden ist. Und ich sehe dann immer, dass die Eltern dann schmunzeln beim Elternabend und denken, ja, also ich habe mich jetzt auch ertappt, ich muss jetzt mein Kind auch mal ein bisschen mehr loben. Weil es ist Balsam für die Seele und das ist das, was wir mit Sicherheit machen. Und lasst uns nicht allein da draußen. Helft uns auch, dass wir weiterhin einen guten Job machen können. Ich glaube, den machen wir einfach saugut seit vielen, vielen Jahren. Und danke nochmal an dich, Timo. Also ich habe den Beifall an euch, nicht an mich. Ja, willst du noch als Schlusswort? Ich finde es immer wieder überraschend, positiv überraschend. Ich freue mich immer, wenn ich Leute treffe, die ich vorher nicht kannte, von denen ich merke, die kommen zwar aus einer anderen Richtung, aber ticken im Prinzip genauso, wie wir auch ticken. Weil letztlich ziehen wir alle am gleichen Strang, auch wenn wir aus verschiedenen Richtungen kommen. und es ist tatsächlich so, ich spüre das dann auch und vielleicht merkt ihr das, ihr Zuschauer das auch. Es kommt immer von Herzen, Leute, die so ticken wie wir. Wir arbeiten von Herzen mit Herzen und letztlich arbeiten wir alle dran, unseren Job überflüssig zu machen. Und es ist schade, dass es Leute gibt, die so einen Job machen müssen, wie ihn machen. Es ist gut für uns, wenn wir da ein bisschen Karriere mitmachen können, in welchem Umfang auch immer. Aber letztlich machen wir etwas, was wir alle brauchen. Wir Menschen, wir brauchen mehr Miteinander, wir brauchen ein besseres Verständnis füreinander, wir brauchen mehr persönliche Beziehungen auf Augenhöhe. Wir können alle lernen, wieder genauer hinzuschauen, bei Kindern, bei Erwachsenen und uns gegenseitig aufzufangen. Und dann brauchen wir auch keine Suchtprävention mehr, weil dann gibt es keine Süchtigen mehr. Genau, das war jetzt ein schöner Ausblick. Wenn unsere Arbeit reift oder vollständig reifen würde, wäre es so, ich glaube, dass unsere Arbeit immer wichtig sein wird. Wir machen halt kleine Schritte. Genau, und die kleinen Erfolge zählen. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken. Also ich fand den Einwand gut, wir hätten auch zu fünft hier sitzen können. Dann wären wir technisch an unsere Herausforderungen gekommen. Schaffen wir das? Kriegen wir das hin, dass die beiden noch mal mit ins Bild kommen, coronatechnisch konform? Einfach, dass wir einmal so ein Abschlussbild noch haben auf der Bühne zusammen? Ich hätte das irgendwie. Ich weiß nicht, kriegen wir das hin? Ja, dann kommt ihr, ich glaube, es können ja, da kann einer auf die Bühne und da und immer die zwei Meter Abstand halten. Oder Gerald, ja, oder so. Kommt ihr da hin? Genau, wir haben ja Abstand. Genau, dann seid ihr alle da. Dann mache ich jetzt mein Resümee. Wenn ich es aussprechen kann, mache ich es da noch. Ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben. Also schön, dass Sie heute alle dabei waren. Es geht jetzt wieder an die Online-Teilnehmer und die Kollegen und Unterstützerinnen hier im Saal. Also vielen Dank für die tolle Arbeit technisch-organisatorisch an die Abendakademie Mannheim. Ich nenne jetzt einfach mal Frau Brugs, weil wir die Veranstaltung geplant haben, stellvertretend für alle. Wir kommen am 23. November wieder mit einer Veranstaltung. Da sind wir zu acht hier auf der Bühne mit ganz vielen verschiedenen Mikros. Das wird dann auch nochmal sehr spannend. Da geht es um digitale Medien und Internetsucht. Wir haben ganz viele Experten zu dem Thema. Also es geht um nicht Internetsucht direkt, es geht um einfach die Mediennutzung von Jugendlichen. Experten antworten, Eltern fragen. 24-7-Always-On heißt die Veranstaltung. Genau, das hatte ich mir jetzt alles gar nicht aufgeschrieben. Genau, Sie haben heute zum Beispiel als Lehrer, Eltern, SchulsozialarbeiterInnen hier teilgenommen. Und Sie sind einfach wichtig für die Entwicklung unserer Kinder und Jugendlichen. Mein Hauptjob ist ja, über Suchtmittel zu informieren, ja, darüber zu reden, Auswege zu finden, keine Suchtmittel oder Suchtmittel vernünftig zu konsumieren. Genau, mir ist wichtig, dass Sie das vielleicht auch mitnehmen und mittragen, weitertragen, was wir heute von der Erlebnispädagogik und Theaterpädagogik mitbekommen haben. Diese Haltung, mit den Menschen zu arbeiten, ja, diese wertschätzende Arbeit, damit wir Sie auch als Multiplikatoren, Torinnen haben, ja, und das einfach weiterzutragen. Sie können gerne unsere Angebote in Anspruch nehmen. Melden Sie sich bei uns. Und ansonsten, habe ich mir noch aufgeschrieben, bitte bleiben Sie alle gesund und kommen Sie gut nach Hause. Online sind Sie gleich zu Hause, da kann nicht so viel passieren. Und dann verabschieden wir uns alle zusammen. Wir haben jetzt geklatscht, als ob wir 50 hier im Saal wären. Und wenn noch was ist, melden Sie sich einfach bei uns. Und schönen Abend. Vielen Dank. Vielen Dank.